Vorleser Nett, Krimi-Zeit Asa Conan Doyle Der Hund von Baskerville Sherlock Holmes saß am Frühstückstisch. Ich stand auf dem Kaminteppich und nahm den Stock zur Hand, den unser Besucher gestern Abend zurückgelassen hatte. Es war ein schönes, dickes Stück Holz, mit rundem Knauf, ein sogenannter Polizistenknüppel. Unmittelbar unter dem Knopf befand sich ein fast Zoll breiter silberner Reif mit einer Inschrift, James Mortimer, MRCS, von seinen Freunden vom CCH, 1884. Es war so recht ein altmodischer Hausdoktorstock, würdig, derb, vertrauenerweckend. Holmes bat mich, Schlussfolgerungen aus unseres Besuchersstock zu ziehen. Ich bemühte mich, die Methoden meines Freundes anzuwenden und stellte fest, dass dieser Dr. Mortimer ein Landarzt sei, der seine Krankenbesuche zu Fuß machte, da der Stock recht abgenutzt schien. Mit einigem Lob nahm Holmes mir den Stock aus der Hand, um nun eigene Schlüsse zu ziehen. Ich möchte annehmen, dass der Doktor das Geschenk von einem Krankenhaus, dem Charing Cross Hospital, erhalten hat. Aus der Jahreszahl, einigen Mutmaßungen über den Grund des Geschenkes und bis Spuren, die ich übersehen hatte, schloss Holmes, und heraus kommt ein junger Bursche unter 30 Jahren, liebenswürdig, ohne Ehrgeiz, zerstreut, und Besitzer eines von ihm sehr geliebten Hundes, von welchem ich so ganz im Allgemeinen nur sagen möchte, dass er größer als ein Teckel und kleiner als eine Dogge ist. Ich lachte ungläubig. Es klingelte. Dr. Mortimer bei sich einem braunen Jagdhund stand in der Tür. Nach einigen Höflichkeiten kam Dr. Mortimer ohne Umschweife zu dem Grund seines Besuches. »Ich habe in meiner Tasche ein Manuskript«, sagte Dr. James Mortimer. »Dieses Familienpapier wurde mir von Sir Charles Baskerville anvertraut, dessen plötzlicher, tragischer Tod vor etwa drei Monaten in der Grafschaft Devon so großes Aufsehen machte. Ich darf wohl sagen, dass ich nicht nur sein ärztlicher Berater, sondern auch sein persönlicher Freund war. Er war ein stark geistiger Mann, schlau, weltklug und so wenig zu Einbildungen geneigt wie ich selber. Trotzdem nahm er es mit diesem Schriftstück sehr ernst, und er war innerlich auf genauso einen Tod vorbereitet, wie er ihn schließlich erlitt. Dr. Mortimer las mit lauter piepsiger Stimme die Geschichte aus alter Zeit, die Geschichte der Baskervilles und ihren Fluch. Ein Vorfahr, Hugo von Baskerville, ein wilder, verruchter und gottloser Mann, hatte durch die Entführung einer Jungfrau schwere Schuld auf sich geladen und wurde eines Nachts im Moor von einem Höllenhund, einem grausigen Wesen eine große schwarze Bestie von der Gestalt eines Hundes, nur viel größer als ein Hund, verfolgt und getötet. Seither waren einige Baskervilles eines unseligen Todes gestorben, doch werden die Unschuldigen verschont. Das Manuskript schließt mit einer Warnung. »Dieser Vorsehung, meine Söhne, empfehle ich euch hiermit, und ich rate euch, vorsichtig zu sein und dem Moor fernzubleiben in jenen finsteren Stunden, da die bösen Mächte ihr Spiel treiben.« Nun zog der Doktor ein gefaltetes Zeitungsblatt aus der Tasche, welches über den Tod von Sir Charles Baskerville, einen sehr beliebten Mann und Wohltäter, berichtete. »Wir erfuhren, dass die Umstände seines Todes nicht geklärt werden konnten, aber ein Verbrechen oder übernatürliche Mächte wären auszuschließen.« Morthimer informierte uns über Einzelheiten, die er am Fundort der Leiche Sir Charles draußen im Park des Herrenhauses entdeckt hatte. Mit großem Interesse stellte Holmes dem Doktor einige Fragen und erfuhr, dass er die Fußspuren in einiger Entfernung vom Leichnam entdeckt hatte. Sie waren ungeheuer groß gewesen. Holmes ließ sich den Ort des Verbrechens bis ins kleinste Detail beschreiben. Und doch war mein Freund unzufrieden mit dem Angaben, die Morthimer machen konnte. Holmes schlug sich in einer Aufwallung von Ungeduld mit der Hand aufs Knie und rief, »Wäre ich doch nur dort gewesen!« Augenscheinlich liegt ein ganz besonders interessanter Fall vor, aus dem ein wissenschaftlich geschulter Sachverständiger ungeheuer viel hätte machen können. Das Stückchen Erdreich, worauf ich wie auf einem Blatt Papier so viel hätte lesen können, »Es ist jetzt seit langer Zeit vom Regen durchweicht und von den Holzschuhen neugieriger Bauern bis zur Unkenntlichkeit zertrampelt. Dr. Morthimer, daß Sie mich nicht hinzugezogen haben! Sie haben vielleicht eine große Verantwortlichkeit auf sich geladen!« Er wunderte sich, warum Morthimer nun doch seine Hilfe in Anspruch nehmen wollte. Dieser erklärte, daß er in Kürze den Erben von Sir Charles, den letzten Baskerville, erwarte, aber Bedenken hege, ihn nach Baskerville Hall zu bringen. »Ich bin überzeugt, wenn Sir Charles mit mir vor seinem Tote hätte sprechen können, er hätte mich davor gewangt, den Letzten des alten Geschlechtes, den Erben so großen Reichtums, in dieses Haus des Todes zu bringen. Andererseits läßt sich nicht leugnen, daß die Wohlfahrt jenes ganzen armseligen Dürrenlandstrichs von seiner Anwesenheit abhängt. Alles Gute, daß Sir Charles getan, wird verlorene Mühe sein, wenn Baskerville Hall keinen Bewohner hat. Ich fürchte, das natürliche Interesse, das ich selber an der Sache habe, könnte mich beeinflussen, und deshalb trage ich Ihnen den Fall vor und bitte um Ihren Rat.« Holmes dachte nach. Er schickte den Doktor, den Erben abzuholen, um am nächsten Morgen mit den beiden zusammenzutreffen und die ganze Sache zu besprechen. Mortimer verabschiedete sich. Ich wußte, Abgeschlossenheit und Einsamkeit waren meinem Freund sehr notwendig, in jenen Stunden schärfster Denkarbeit, in denen er jedes Beweisteilchen nach seinem Wertemaß, verschiedene Theorien gegeneinander abwog und sich schlüssig darüber machte, welche wesentlich und welche unbedeutend waren. Ich verbrachte daher den Tag in meinem Club und kam erst abends nach der Baker Street zurück. Es war fast neun Uhr, als ich wieder unser Wohnzimmer betrat. Holmes hatte sich während dieser Zeit im Geiste ein Bild der Landschaft und der Personen im Dartmoor gemacht und sagte, wir müssen von zwei Fragen ausgehen. Erstens, ob überhaupt ein Verbrechen begangen ist. Und zweitens, worin bestand das Verbrechen und wie wurde es vollbracht? Natürlich, wenn Dr. Mortimers Vermutung richtig ist, wenn wir es mit Mächten zu tun haben, die außerhalb der gewöhnlichen Naturgesetze stehen, so hat unser Suchen ein Ende. Aber wir haben die Pflicht, alle anderen Hypothesen bis zu Ende zu verfolgen, ehe wir diese eine gelten lassen. Ich setze voraus, dass die Ursache seines Schreckens über das Moor auf ihn zukam. Wenn dies der Fall war, und alle Wahrscheinlichkeit spricht dafür, so konnte nur ein Mann, der die Besinnung verloren hatte, vom Hause weglaufen, anstatt darauf zu. Und weiter, auf wen wartete er in jener Nacht? Ich halte es für unwahrscheinlich, dass er jeden Abend an der Moorpforte gewartet haben sollte. Im Gegenteil, die Zeugen haben bekundet, dass er das Moor vermied. An jenem Abend wartete er. Es war der Abend vor seiner Abreise nach London. Das Ding nimmt Gestalt an, Watson. Es kommt Zusammenhang hinein. Darf ich dich bitten, mir meine Geige herüberzureichen? Wir wollen alles weitere Nachdenken über diese Angelegenheit bis morgen früh verschieben. Dann werden ja Dr. Mortimer und Sir Henry Baskerville uns mit ihrem Besuch zu Hilfe kommen. Am nächsten Morgen kam der erwartete Besuch. Wir wurden einander vorgestellt und kamen sofort auf die Angelegenheit, des jungen Baskerville zu sprechen. Bitte nehmen Sie Platz, Sir Henry. Wenn ich Sie recht verstehe, so sagten Sie, Sie haben seit Ihrer Ankunft in London ein seltsames Erlebnis gehabt. Nichts von großer Bedeutung, Herr Holmes. Du bist wahrscheinlich nur ein schlechter Spaß. Es handelt sich um diesen Brief, wenn Sie es überhaupt einen Brief nennen wollen. Ich bekam ihn heute früh. Er legte einen Briefumschlag auf den Tisch und wir traben alle heran, um ihn uns näher anzusehen. Es war ein Umschlag von geringer Güte und von grau-weißer Farbe. Die Adresse Sir Henry Baskerville, Northumberland Hotel, war von einer ungelenken Hand geschrieben. Der Poststempel lautete Charing Cross und die Marke war am Abend vorher abgestempelt. Holmes erfuhr von Dr. Mortimer, dass kein Mensch gewusst hatte, dass er dort im Northumberland Hotel wohnen würde. Aus dem Umschlag zog Holmes einen doppelt zusammengelegten halben Bogen Konzeptpapier hervor. Er faltete ihn auseinander und legte ihn flach auf den Tisch. In der Mitte des Blattes stand ein einziger Satz, der durch aufgeklebte, gedruckte Wörter gebildet war. Er lautete, »Wenn Sie Wert auf Ihr Leben oder Ihren Verstand legen, so bleiben Sie dem Moor fern.« Mein Freund bat mich um die Times von gestern, das innere Blatt mit den Leitartikeln. Er überflog mit schnellem Blick die Spalten und erklärte uns, dass die Wörter mit einer kurzklinkigen Schere ausgeschnitten und mit Gummi auf den Briefbogen geklebt worden waren und dass die Adresse mit einer abgenutzten Feder und eingetrockneter Tinte, wie sie nur in Hotels vorkommen, geschrieben war. Er prüfte den Bogen mit den aufgeklebten Wörtern noch einmal sorgfältig, indem er ihn ganz nahe vor die Augen hielt. »Nichts«, sagte er, »was blatt hinlegend. Es ist ein gewöhnlicher, unbeschriebener halber Bogen. Nicht einmal ein Wasserzeichen ist darin. Ich denke, wir haben aus dem sonderbaren Brief so viele Anhaltspunkte gewonnen, wie überhaupt möglich ist. Nun, Sir Henry, noch eine Frage. Ist Ihnen sonst irgendetwas Erwähnenswertes begegnet, seitdem Sie in London sind? Alles, was von dem gewöhnlichen Gang des Alltagslebens abweicht, sollte nach meiner Ansicht erwähnt werden.« Sir Henry berichtete, einen von seinen neuen Stiefeln im Hotel verloren zu haben. »Oder ihn verlegt, meinetwegen. Ich stellte sie gestern Abend beide vor meine Tür, und heute Morgen war bloß noch einer da. Aus dem Jungen, der sie zu putzen hatte, war kein gescheites Wort herauszubringen. Am meisten ärgert mich dabei, dass ich die Stiefel erst gestern Abend am Strand gekauft und noch gar nicht mal getragen hatte.« Im Beisein meiner Wenigkeit und meines Freundes Holmes erzählte Dr. Mortimer dem jungen Baskerville dieselbe Geschichte wie uns den Abend zuvor. Sir Henry überlegte einen Moment und teilte uns seinen Entschluß mit. »Nun, mag dem sein, wie ihm wolle. Meine Antwort steht fest. Herr Holmes, kein Teufel in der Hölle und kein Mensch auf Erden kann mich verhindern, in das Haus meiner Väter zu gehen. Bei dieser Antwort werde ich bleiben.« Seine dunklen Augenbrauen zogen sich bei diesen Worten zusammen, und ein tiefes Rot flog über sein Gesicht. Augenscheinlich war das feurige Temperament der Baskervilles in dem letzten ihres Stammes noch nicht erloschen. Wir verabredeten ein erneutes Treffen für den Nachmittag und verabschiedeten unsere Gäste. Wir hörten die Schritte unserer Besucher, die die Treppe hinabstiegen. Dann wurde die Haustür geschlossen. Augenblicklich war Holmes aus dem träumerischen Denker der Mann der Tat geworden. »Dein Hut und deine Stiefel, Watson, schnell! Wir haben keinen Augenblick zu verlieren!« Er eilte in sein Schlafzimmer, warf seinen Hausrock ab und erschien ein paar Sekunden darauf in einem Gehrock. Wir eilten die Treppe hinunter und betraben die Straße. Dr. Mortimer und Baskerville waren ein paar hundert Schritt vor uns in der Nähe der Oxford Street noch sichtbar. Er beschleunigte seinen Schritt, bis wir die uns von den beiden Herren trennende Entfernung ungefähr auf die Hälfte verkürzt hatten. Wir folgten ihnen Oxford Street entlang und an Regent Street hinunter. Einmal blieben sie stehen und besahen sich ein Schaufenster, worauf Holmes es ebenso machte. Einen Augenblick darauf ließ er einen Ausruf der Befriedigung hören. Ich folgte seinem schnellen Blick und sah, dass eine Droschke, worin ein Mann saß, von der Stelle auf der anderen Straßenseite, wo sie gehalten hatte, jetzt langsam weiter fuhr. Im selben Augenblick bemerkte ich einen buschigen, schwarzen Bart und ein paar stechende Augen, die durch das Seitenfenster der Droschke sich auf uns richteten. Unmittelbar darauf fuhr die Klappe im Verdeck des Wagens in die Höhe, dem Kutscher wurde etwas zugerufen und die Droschke raste die Regent Street hinunter. Holmes sah sich schnell nach einer anderen um, aber es war keine Leere in Sicht. Dann lief er in wilder Verfolgung durch das Straßengetriebe dem Wagen nach, aber der Vorsprung war zu groß und die Droschke war bald nicht mehr zu sehen. »Hm«, sagte Holmes bitter, als er keuchend und ganz blass vor Ärger wieder aus dem Wagengewoge hervorkam. »Nach allem, was wir gehört haben, ist Baskerville seit seiner Ankunft in der Stadt ganz offenbar von irgendjemand sehr scharf überwacht worden. Wie hätte sonst der Betreffende so schnell wissen können, dass der junge Mann das Northumberland Hotel als Absteigequartier gewählt hatte? Wenn man ihm am ersten Tag nachging, so würde man, das war meine Schlussfolgerung, ihm auch am zweiten nachgehen. »Du hast vielleicht bemerkt, dass ich, während Dr. Mortimer seine Geschichte vorlas, zweimal ans Fenster ging. Ich sah nach, ob vielleicht jemand auf der Straße herumlungerte, konnte aber niemand entdecken. Als unser Besucher fortging, folgte ich ihnen sofort in der Hoffnung, ihren unsichtbaren Verfolger ausfindig machen zu können. Das muss ein Schlaukopf sein, denn er hat sich nicht auf seine Beine verlassen, sondern sich eine Droschke genommen, sodass er bald hinter ihnen her oder bei ihnen vorbeifahren konnte, ohne bemerkt zu werden. Dieses Verfahren hat außerdem noch den Vorteil, dass er imstande war, ihnen sofort zu folgen, wenn sie etwa selber eine Droschke nehmen sollten. Indessen hat es auch einen offenbaren Nachteil. Es machte ihn vom Droschkenkutscher abhängig. Holmes hatte sich die Nummer der Droschke gemerkt, 2704. Sie sollte uns später von Nutzen sein. Langsam waren wir nun die Regent Street entlang geschlendert, und Dr. Mortimer und sein Begleiter waren längst unseren Blicken entschwunden. »Es hat keinen Zweck, dass wir ihnen noch weiter nachgehen,« sagte Holmes. »Der Spürhund ist verschwunden und wird nicht wiederkommen. Wir müssen uns überlegen, was für Trümpfe wir jetzt noch in der Hand haben, und müssen sie fest und entschlossen ausspielen.« Zu meinem Bedauern hatte ich den Verfolger in der Kutsche nicht richtig gesehen, nur seinen schwarzen Vollbart, den Holmes für unecht hielt. Auch er konnte den Mann nicht beschreiben. Er betrat eins von den Büros der Expressbotengesellschaft und wurde von dem Geschäftsführer mit großer Herzlichkeit begrüßt. Ein 14-jähriger Knabe mit aufgewecktem, scharf geschnittenem Gesicht war auf das Klingelzeichen des Geschäftsführers erschienen und stand jetzt in einer Haltung voller Ehrfurcht vor dem berühmten Detektiv. Der Junge wurde beauftragt, in den Hotels, die in unmittelbarer Nähe von Charing Cross liegen, nach der zerschnittenen Times zu suchen und am Abend einen telegrafischen Bericht in die Baker Street zu schicken. »Telegrafisch erkundigten wir uns nach dem Droschkenbesitzer mit der Nummer 2704 und begaben uns auf den Weg ins Northumberland Hotel.« »Sir Henry Baskerville ist oben und erwartet Sie«, sagte der Hotelsekretär. »Er bat mich, Sie sofort nach Ihrer Ankunft zu ihm führen zu lassen.« Durch einen kurzen Blick ins Gästebuch und einige Fragen an den Portier schloß Holmes aus, daß die Leute, die sich so außerordentlich aufmerksam um Sir Henry bekümmerten, nicht in seinem Hotel Wohnung genommen haben. Daraus geht hervor, daß ihnen nicht nur, wie wir gesehen haben, sehr viel daran liegt, ihn zu beobachten, sondern daß ihnen ebenso viel darauf ankommt, nicht von ihm gesehen zu werden. Wir waren oben an der Treppe gegen Sir Henry Baskerville selbst angerannt. Sein Gesicht war dunkelrot vor Zorn und in der Hand hielt er einen bestaubten alten Schuh. »Gestern Abend nahmen Sie einen von den Braunen weg und heute Vormittag mobsen Sie mir einen von den Schwarzen. Na, haben Sie ihn endlich! Heraus mit der Sprache, Mann, und klotzen Sie mich nicht so an!« Ein aufgeregter deutscher Kellner war auf dem Schauplatz der Handlung erschienen. »Nein, Herr«, sagte er, »ich habe überall im ganzen Hotel danach herumgefragt, aber kein Mensch wußte ein Wort davon.« Sir Henry ließ sich etwas beruhigen. Das Frühstück war recht heiter. Von der Angelegenheit, die uns zusammengeführt hatte, wurde nicht viel gesprochen. Erst als wir nach dem Essen im anstoßenden Salon saßen, fragte Holmes Sir Henry Baskerville, was er zu tun gedächte. »Ich gehe nach Baskerville Hall.« »Im Großen und Ganzen«, sagte Holmes, »halte ich Ihren Entschluß, nach Baskerville Hall zu gehen, für verständlich. Ich habe die vollkommene Gewissheit, daß hier in London Ihre Schritte überwacht werden. Und hier, in der Millionenstadt, ist es schwer herauszufinden, was für Leute hinter Ihnen her sind und was Sie wollen. Wenn Sie böse Absichten haben, so könnten Sie Ihnen etwas zu Leide tun, was wir nicht imstande wären zu verhindern.« »Nun, Sir Henry, ich bin ebenfalls Ihrer Meinung, dass es sich empfiehlt, wenn Sie unverzüglich nach Devonshire gehen. Nur muss ich einen Vorbehalt machen. Sie dürfen auf keinen Fall allein reisen.« »Dr. Mortimer fährt mit mir zurück.« »Aber Dr. Mortimer hat seine Praxis und wohnt ein paar Meilen weit von Ihnen ab. Mit dem allerbesten Willen würde er nicht imstande sein, Ihnen zu helfen. Nein, Sir Henry, Sie müssen irgendjemanden mitnehmen, einen zuverlässigen Mann, der Ihnen nicht von der Seite geht.« »Leider ist in diesem Augenblick einer der ehrwürdigsten Namen Englands bedroht, von einem Erpresser besudelt zu werden, und nur ich kann einen unheilvollen Skandal verhindern. Sie sehen gewiss selber ein, daß ich unmöglich mit nach Dartmoor gehen kann.« Holmes legte seine Hand auf meinen Arm und sagte, »Wenn mein Freund bereit wäre, so könnten Sie in einem Augenblick der Bedrängnis keinen besseren Mann an Ihrer Seite haben. Das kann niemand zuversichtlicher behaupten als gerade ich.« Der Vorschlag kam mir völlig unerwartet. Aber bevor ich Zeit hatte, etwas zu erwidern, ergriff Baskerville meine Hand und schüttelte sie herzlich, indem er ausrief, »Das ist wirklich recht freundlich von Ihnen, Herr Doktor. Sie sehen, wie es mit mir steht, und Sie wissen von der ganzen Geschichte ebenso viel wie ich selber. Wenn Sie mit nach Baskerville Hall kommen und mir beistehen wollen, so werde ich Ihnen das nie vergessen.« Die Aussicht auf Abenteuer hatte stets einen berückenden Zauber für mich. Auch schmeichelten mir Holmes anerkennende Worte und die Freudigkeit, womit der Baronett mich als Begleiter begrüßte. So wurde verabredet, sich am Samstag zum Halbelf-Zuger am Bahnhof Paddington zu treffen, um in Stadmoor zu fahren. Holmes und ich verabschiedeten uns in die Baker Street. Als wir zu Hause waren, saß er den ganzen Nachmittag und noch einen guten Teil des Abends in dicken Tabaksqualm eingehüllt und tief in Gedanken versunken. Unmittelbar, bevor wir zu Tisch gingen, wurde ein Telegramm bestellt. Es meldete uns, »Weissagungsgemäß 23 Hotels aufgesucht, ausgeschnittenes Timesblatt leider nicht auffindbar. Cartwright«. Holmes war enttäuscht, aber angespornt. Er erzählte mir gerade, daß er an die Zentralstelle für das Fuhrwesen telegrafiert hatte, als es an der Tür schellte, sie ging auf und herein kam ein vierschrötiger Mann, offenbar der Kutscher selber. »John Clayton, Topey Street Nummer 3, im Borough. Meine Droschke gehört zu Shipleys Fuhrgeschäft, dicht beim Waterloo Bahnhof.« Sherlock Holmes schrieb sich die Adresse auf und sagte, »Nun, Clayton, sagen Sie mir alles, was Sie von dem Manne wissen, der heute Morgen um zehn in ihrer Troschke hier dicht bei meinem Hause wartete und sie nachher die Regent Street hinunter hinter den beiden Herren herfahren ließ.« Der Mann war verdutzt und wurde ein bisschen verlegen. »Na«, sagte er nach einigem Besinnen, »da hat's wohl nicht viel Zweck, daß ich Ihnen Geschichten erzähle, denn Sie wissen ja wohl schon so viel davon wie ich selber. Die Sache ist die.« Der Herr sagte mir, »er wäre Detektiv, und ich dürfte keinem Menschen was über ihn sagen.« Sein Name war Sherlock Holmes. Niemals sah ich meinen Freund ein so verblüfftes Gesicht machen wie bei diesen Worten des Droschkenkutschers. Einen Augenblick lang saß er sprachlos da, dann brach er in ein herzliches Lachen aus und rief, »Eine Abfuhr, Watson, eine unleugbare Abfuhr! Ich bin da an eine Klinge geraten, die ebenso schnell und gewandt ist wie die meinige. Der Mann hat mir diesmal wirklich recht niedlich heimgeleuchtet. Also, sein Name war Sherlock Holmes, sagten Sie?« »Jawohl, Herr«, »so hieß der Herr. Ausgezeichnet. Sagen Sie mir, wie Sie mit ihm zusammenkamen und alles, was ich sonst noch zutug.« Um halb zehn Uhr rief er mich auf dem Trafalgar Square an. Er sagte, er wäre Detektiv und bot mir zwei Günehen, wenn ich den ganzen Tag genau täte, was er verlangte und keine Fragen stellen wollte. Natürlich griff ich mit beiden Händen zu. Zuerst fuhren wir nach dem Northumberland Hotel und warteten da, bis zwei Herren herauskamen und in die eine von dem Droschken am Halteplatz stiegen. Wir fuhren ihrem Wagen nach, bis er irgendwo hier in der Nähe anhielt. Ein Stück weiter die Straße hinunter hielten wir ebenfalls, und da warteten wir anderthalb Stunden. Dann kamen die beiden Herren bei uns vorbei, sie gingen zu Fuß, und wir fuhren hinter ihnen her, die Baker Street hindurch, und dann... »Weiß schon,« sagte Holmes. »Bis wir schließlich ungefähr drei Viertel »Es ist eine eklige Geschichte, Watson, eine eklige, gefährliche Geschichte, und je mehr ich davon zu sehen bekomme, desto weniger gefällt sie mir.« »Ja, mein lieber Junge, du magst darüber lachen, aber auf mein Wort, ich werde froh sein, wenn ich dich wieder heil und gesund hier in der Baker Street habe.« Sir Henry Baskerville und Dr. Mortimer waren am verabredeten Tag reisefertig, und zur bestimmten Stunde fuhren wir vom Bahnhof Paddington ab. Sherlock Holmes fuhr mit mir nach dem Bahnhof und gab mir zum Abschied noch seine letzten Weisungen und Ratschläge. Er wünschte genaueste Tatsachenberichte, keine Mutmaßungen oder Theorien. Wert legte er außerdem auf detaillierte Beschreibungen der Nachbarn und deren Beziehungen zu den Baskervilles. Zum Schluss empfahl Holmes mir, meinen Revolver Tag und Nacht zur Hand zu haben und niemals schlaff in meiner Vorsicht zu werden. Mit ernstem Gesicht wandte Holmes sich an Baskerville, »Ich bitte Sie, Sir Henry, nicht allein auszugehen. Wenn Sie es tun, so wird Ihnen irgendein großes Unglück zustoßen. Haben Sie Ihren anderen Schuh wiederbekommen?« »Nein, er ist verschwunden geblieben.« »Wirklich, das ist sehr interessant.« »Nun, gute Reise«, sagte er noch, da der Zug den Bahnsteig entlang zu gleiten begann. »Beherzigen Sie, Sir Henry, einen von den Sätzen in der seltsamen alten Geschichte, die Dr. Mortimer uns vorgelesen hat, und meiden Sie das Moor in jenen Stunden der Finsternis, da die bösen Mächte ihr Spiel treiben.« Die Reise verlief schnell und angenehm. Ich benutzte sie, um mit meinen beiden Gefährten näher bekannt zu werden. Nach ein paar Stunden folgte dem braunen Boden rötliche Erde, statt der Ziegelhäuser sah man Granitbauten, und rote Kühe grasten auf wohl umzäumten Wiesen, deren saftiger und üppiger Gras wuchs, auf ein milderes, wenn gleich auch feuchteres Klima hindeutete. Der junge Baskerville sah eifrig aus dem Fenster und stieß einen lauten Ruf des Entzückens aus, als er die altvertrauten Züge der Devon-Landschaft wiedererkannte. Mit einem Jagdwagen fuhren wir weiter durch das Dartmoor. »Hallo!«, rief plötzlich Dr. Mortimer. »Was ist denn das?« Eine steile, mit Heidekraut bewachsene Kuppe, ein Ausläufer des Moors, lag gerade vor uns. Auf der Höhe hielt scharf und klar wie ein Reiterstandbild auf seinem Pedestal sich abhebend ein berittener Soldat, finster und ernst, die Büchse schußfertig im Arm. Er bewachte den Weg, welchen wir entlang fuhren. »Was bedeutet das, Perkins?« fragte Dr. Mortimer den Kutscher. Der antwortete, daß ein Sträfling seit drei Tagen entflohen sei und die gesamte Gegend in Angst versetze. »Endlich erreichten wir Baskerville Hall.« Durch das Parktor gelangten wir in die Schlossallee. Baskerville schauerte zusammen, als er am Ende der langen, dunklen Allee das Haus erblickte, das geisterhaft durch die Bäume schimmerte. Der junge Mann sah sich mit verdüstertem Gesicht um und sagte, »Es ist kein Wunder, wenn mein Onkel das Vorgefühl hatte, es werde Ihnen an diesem Ort ein Unglück zustoßen. Hier kann wohl jeden Mann ein unbehagliches Gefühl überschleichen. Ehe sechs Monate um sind, will ich eine Reihe von elektrischen Bogenlampen hier anbringen lassen, und sie werden die Allee nicht wiedererkennen. Und gerade hier, dem Schloßtor gegenüber, soll mir eine tausendkerzige Sven und Edison brennen.« Mortimer verabschiedete sich. Sir Henry und ich betraten das Haus und sahen uns um. »Gerade so ist's, wie ich's mir vorgestellt hatte,« rief Sir Henry. »Ist es nicht wie ein altes Gemälde von einem alten Geschlechterhause? Wenn ich denke, daß dies die Halle ist, worin fünf Jahrhunderte lang meine Vorfahren gelebt haben, mich stimmt's ganz feierlich.« Ich sah, wie jugendliche Begeisterung sein dunkles Gesicht erhellte, als er sich so umsah. Er stand im vollen Schein des Lichtes, aber lange Schatten bedeckten die Wände und hingen wie ein schwarzes Gewölbe über ihm. Barrymore, der Schlossverwalter, war eingetreten, nachdem er das Gepäck auf unsere Zimmer befördert hatte. Er stand jetzt in der unterwürfigen Haltung eines gut erzogenen Dieners vor uns. Ein auffallend hübscher Mann, groß, stattlich, mit einem breit abgeschnittenen Kinnbart und blassen, edel geformten Zügen. Er führte uns zu unseren Zimmern. Eine breite, von Balustraden eingefasste Galerie lief dicht unter der Decke um die Halle herum. Eine Doppeltreppe führte zu ihr hinauf. Von diesem Mittelpunkt aus erstreckten sich zwei lange Korridore, die die Türen zu allen Schlafzimmern enthielten, über die ganze Länge des Gebäudes hin. Mein Zimmer lag im selben Flügel wie das Sir Henrys, beinahe Tür an Tür. Aber der Speisesaal, in dem man von der Halle aus gelangte, war trübselig und düster. Wir sprachen wenig, und ich für meinen Teil war herzlich froh, als das Essen vorüber war und wir uns in das modern eingerichtete Billardzimmer zurückziehen konnten, um eine Zigarette zu rauchen. »Es ist wahrhaftig kein sehr lustiges Haus,« begann Sir Henry. »Ich glaube wohl, daß man sich allmählich eingewöhnen kann, aber augenblicklich komme ich mir noch ein bisschen verwirrt vor. Ich wundere mich nicht, daß mein Onkel ein wenig absonderlich wurde, wenn er ganz allein in solch einem Hause wohnte. Doch wenn es Ihnen recht ist, wollen wir heute früh zu Bett gehen. Vielleicht sieht das Ganze im Morgenlicht doch heiterer aus.« Ich war ermüdet und konnte trotzdem nicht einschlafen. Unruhig warf ich mich von einer Seite auf die andere und suchte den Schlaf, der nicht kommen wollte. In der Ferne schlug jede Viertelstunde eine Glocke, sonst lag Totenstille über dem Hause. Dann plötzlich, in dem tiefen Grabes schweigender Nacht, klang ein Laut an mein Ohr, ein heller, deutlicher, unverkämmbarer Ton. Es war das Weinen einer Frau, das unterdrückte, halb erstickte Schluchzen einer Frau, die von Schmerz und Kummer gequält wird. Ich setzte mich im Bette aufrecht und horchte mit gespannter Aufmerksamkeit. Das Geräusch konnte nicht weit abgewesen sein. Ganz gewiß kam es aus dem Hause selbst. Eine halbe Stunde lang wartete ich mit Anspannung aller meinen Nerven, aber kein anderer Ton ließ sich hören als das Schlagen der Glocke und das Rascheln des Nachtwindes im Efeu draußen an der Wand. Der schöne, frische Morgen des nächsten Tages trug sein Teil dazu bei, den trübseligen, ersten Eindruck von Baskerville Hall etwas zu verwischen. Als Sir Henry und ich am Frühstückstisch saßen, flutete das Sonnenlicht durch die hohen Bogenfenster herein, und wir konnten uns kaum vorstellen, dass wir in demselben Zimmer saßen, welches am Abend vorher unsere Seelen so trübe gestimmt hatte. Und doch kam nicht bloß unsere Einbildungskraft ins Spiel, sagte ich, haben Sie nicht zum Beispiel jemanden, ich glaube, es war eine Frau, während der Nacht Schluchzen gehört? Das ist sonderbar, was Sie da sagen. Es kam mir nämlich, als ich halb eingeschlafen war, vor, als hörte ich so etwas. Ich wartete ziemlich lange, aber es ließ sich nichts mehr hören, und ich nahm daher an, es wäre nur ein Traum gewesen. Ich hörte es ganz genau und bin sicher, dass es in der Tat das Schluchzen eines Weibes war. Wir müssen uns sofort danach erkundigen. Er klingelte und fragte Barrymore, ob er uns über unsere Wahrnehmung Aufschluß geben könnte. Es kam mir so vor, als ob die Bleichenzüge des Kammerdieners noch um eine Schattierung blasser würden, als er die Frage seines Herrn vernahm. Es sind nur zwei weibliche Personen im Hause, Sir Henry, antwortete er, die eine ist die Hausmarkt, die im vorderen Flügel schläft, die andere ist meine Frau, und ich weiß bestimmt, dass die Töne unmöglich von ihr herrühren. Seine Worte waren indessen eine Lüge, denn zufällig begegnete ich nach dem Frühstück der Frau Barrymore in dem langen Korridor, wo ihr das Sonnenlicht voll ins Gesicht fiel. Ihre Augen waren verräterisch, sie waren rot und sahen mich aus geschwollenen Liedern an. Also war sie es gewesen, die in der Nacht geweint hatte, und wenn dies der Fall war, so mußte ihr Mann es wissen. Trotzdem hatte er es gewagt, eine so leicht zu entdeckende Lüge zu sagen. Warum? Und warum hatte sie so bitterlich geweint? Schon umschwebte diesen hübschen, blassen, schwarzbärtigen Mann eine geheimnisvolle Atmosphäre. Er hatte zuerst Sir Charles' Leichnam entdeckt, nur auf seiner Aussage beruhte unsere Kenntnis von den Umständen, die mit dem Tode des alten Herrn in Verbindung standen. War es schließlich doch vielleicht Barrymore, den wir in Regent Street in der Droschke gesehen hatten? Sir Henry hatte nach dem Frühstück zahlreiche Papiere durchzusehen, so daß die Zeit für meinen Ausgang günstig war. Es war ein angenehmer Spaziergang von vier Meilen. Ich wanderte am Rande des Moors entlang und kam schließlich nach einem altersgrauen Dörfchen, worin sich zwei größere Gebäude, das Wirtshaus und Dr. Mortimers Haus hoch über die niedrigen Hütten erhoben. Plötzlich wurde ich meinem Nachdenken gestört, indem ich hinter mir schnelle Fußtritte und eine Stimme hörte, die meinen Namen rief. Ich drehte mich um, in der Erwartung, Dr. Mortimer zu sehen. Zu meiner Überraschung aber war es ein Unbekannter, der mir nachlief. Es war ein kleiner, hagerer Herr mit einem zarten, glatt rasierten Gesicht, flachsblond und hohlwangig, dreißig bis vierzig Jahre alt, mit einem grauen Anzug und Strohhut begleitet. Eine Botanisierbüchse hing über seiner Schulter und in der einen Hand trug er einen grünen Schmetterlingsfänger. Er stellte sich als Stapleton von Merripit House vor. Lächelnd sprach er von der Leichtgläubigkeit der Bauern an diesem Ort. Ich glaubte indessen, seinen Augen anzusehen, dass er die Sache ernster auffasste. Die Geschichte beschäftigte Sir Charles' Gedanken in hohem Maße und ich zweifle nicht, dass sie die Ursache seines tragischen Endes wurde. Aber wieso denn? Seine Nerven waren so zerrüttet, dass der Anblick irgendeines Hundes wohl eine tödliche Wirkung haben konnte. Meiner Meinung nach hat der herzkranke Baronett in jener letzten Nacht wirklich etwas derartiges in der Taxusallee gesehen. Wir waren inzwischen an eine Stelle gekommen, wo ein schmaler, grasbewachsener Pfad sich von der Straße abzweigte, um sich in Schlangenlinien über das Moor zu winden. Ein mäßiger Spaziergang diesen Moorpfad entlang bringt uns nach Merripit House, sagte Stapleton. Wenn Sie vielleicht eine Stunde übrig haben, so könnte ich mir das Vergnügen machen, Sie meiner Schwester vorzustellen. Mein erster Gedanke war, dass ich eigentlich an Sir Henrys Seite gehörte, aber dann erinnerte ich mich des Stoßes von Papieren und Rechnungen, mit denen sein Schreibtisch überdeckt war. Ich wußte, dass ich ihm beim Ordnen derselben nicht helfen konnte, und Holmes hatte mir ausdrücklich gesagt, ich möchte die Nachbarn auf dem Moor genau studieren. Ich nahm also Stapletons Einladung an, und wir gingen miteinander den schmalen Weg entlang. Stapleton erklärte mir einige Eigenheiten des Moores und zeigte mir schließlich das Grimpener Moor. Stapleton versicherte, dass er sich in dem Moor zurechtfinden würde, er hätte auf seinen Ausflügen, den Jagden auf Schmetterlinge und Käfer, einige Fußpfade gefunden und abgesteckt. »Hallo!« rief ich, »was ist denn das?« Ein langes, tiefes Stöhnen von unbeschreiblich traurigem Ausdruck schwebte gleichsam über das Moor zu uns heran. Es erfüllte die ganze Luft, und doch war es unmöglich, genau zu sagen, woher es kam. Erst war es wie ein eintöniges Geflüster, dann schwoll es an zu einem tiefen Brüllen und verhallte wieder zu einem melancholischen, zitterigen Flüstern. Stapleton sah mich mit einem eigentümlichen Gesichtsausdrucker an und sagte, »Das Landvolk sagt, es sei der Hund von Baskerville, der nach seiner Beute brüllt. Ich habe es bisher ein- oder zweimal gehört, aber niemals so laut.« Ein Angstgefühl machte mir das Herz kalt. Ich blickte rings um mich auf die gewaltige, von grünen Stellen übersprenkelte Ebene. Nichts regte sich auf der weiten Fläche als ein paar Raben, die mit lautem Gekrächts auf einer Felsspitze hinter uns saßen. »Ich habe nie in meinem Leben so etwas Sonderbares, Geisterhaftes gehört.« »Ja, es ist eine recht unheimliche Gegend. Sehen Sie mal nach der Hügelreihe drüben. Was sehen Sie da?« fragte Stapleton. Der ganze steile Abhang war mit mindestens zwanzig ringförmigen grauen Steinborten bedeckt. Stapleton sagte mir, die Steinhütten seien die Heimstätten unserer würdigen Vorväter. In der neueren Steinzeit weideten sie ihr Vieh auf diesen Abhängen. Ein kleiner Käfer oder Falter war vor uns über den Weg geflattert, und in einem Augenblick rannte Stapleton mit außerordentlicher Schnelligkeit und Gewandtheit hinter demselben Heer. Ich sah ihm nach mit einem gemischten Gefühl von Bewunderung für seine außergewöhnliche Gewandtheit und von Furcht, er möchte den festen Grund unter den Füßen verlieren und in den trügerischen Morast hineingeraten. Plötzlich hörte ich Schritte und sah, als ich mich umdrehte, dicht vor mir auf dem Fußsteig eine weibliche Gestalt. Sie war aus der Richtung gekommen, in welcher, nach der Rauchsäule zu urteilen, Meripithaus lag. Aber die Bodenerhebung des Moores hatte sie meinen Blicken verborgen, bis sie ganz dicht bei mir war. Ich konnte nicht daran zweifeln, daß ich Fräulein Stapleton, von der ich schon gehört hatte, vor mir sah, und ich erinnerte mich, daß von ihr als einer Schönheit gesprochen worden war. Eine Schönheit war die auf mich zukommende Frau ganz sicherlich, und zwar eine Schönheit ganz eigener Art. Man konnte sich keine größere Unähnlichkeit denken als zwischen diesem Geschwisterpaar. Stapleton hatte helles Haar und graue Augen, wie man's jeden Tag sieht. Sie dagegen war die dunkelste Brünette, die ich bis dahin in England gesehen hatte. Schlank, groß, elegant. Ihre Augen folgten ihrem Bruder, als sie mich umdrehte. Dann beschleunigte sie ihren Schritt und kam auf mich zu. Sie sprach schnell, mit tiefer Stimme, an der ein eigentümliches Lispeln mir auffiel. Eindringlich und immer wieder warnte sie mich vor diesem Ort. Stapleton hatte die Jagd aufgegeben und kam mit heißen Wangen und schweren Atem zu uns zurück. »Sieh da, Berül«, sagte er, und es kam mir vor, als Klänge der Ton seiner Begrüßung nicht gerade sehr herzlich. In einem kurzen Zwist mit ihrem Bruder stellte sich heraus, dass Fräulein Stapleton mich für Sir Henry gehalten hatte. Entschuldigend lud sie mich nach Meripithaus ein. Das Haus enthielt indessen geräumige Zimmer, die mit einer Eleganz eingerichtet waren, worin ich den Geschmack einer Dame zu erkennen glaubte. Ich warf durch das Fenster einen Blick auf das unendliche, mit Granitblöcken übersäte Moor, das ich ohne Unterbrechung bis zum fernen Horizont erstreckte, und ich musste unwillkürlich bei mir denken, was kann denn nur einen feingebildeten Mann und ein schönes Mädchen veranlasst haben, sich eine solche Gegend als Wohnort auszusuchen. Ich hatte eine Schule, erzählte Stapleton, da oben im Norden. Die mechanische Arbeit war für einen Mann von meiner Geistesanlage nicht gerade interessant, aber ich empfand es doch als ein großes Glück, täglich mit dem jungen Volk zu verkehren, die Knabenseelen zu formen und sie mit meinen eigenen Idealen zu erfüllen. Leider war das Schicksal uns feindlich gesinnt. Eine gefährliche Epidemie brach in der Schule aus, und drei von den Knaben starben uns. Von diesem Schlage vermochte die Anstalt, sich nicht wieder zu erholen, und der größte Teil meines Kapitals war unwiederbringlich verloren. So erfuhr ich einiges aus der Vergangenheit der Stapletons. Ich lehnte trotz allem Drängen die Einladung zum Frühstück ab und machte mich sofort auf den Rückweg. Ich ging den grasbewachsenen Fußsteig, auf welchen wir gekommen waren. Es mußte aber doch wohl noch einen kürzeren Richtweg geben, der den Eingeweihten bekannt war, denn bevor ich die Landstraße wieder erreicht hatte, sah ich zu meinem Erstaunen Fräulein Stapleton auf einem großen Stein neben dem Fußweg sitzen. Ihr Gesicht war vom eiligen Laufe gerötet, wodurch sie übrigens noch schöner erschien, und sie hielt ihre Hand auf das Herz gepresst. Sie war den ganzen Weg gelaufen. Nun wollte sie mich überzeugen, ihre Worte an mich und ihre Warnung vor dem Moor als Weiberlaune zu betrachten und zu vergessen. Meinem Bruder und mir ging Sir Charles Tod sehr nahe. Wir hatten sehr vertrauten Umgang mit ihm, denn sein Lieblingsweg führte ihn über das Moor nach unserem Hause. Er fühlte sehr tief den Fluch, der über seinem Geschlechte hing. Als dann sein tragisches Ende kam, da hatte ich den ganz natürlichen Eindruck, seine oftmals geäußerten Befürchtungen könnten nicht ganz unbegründet gewesen sein. Es machte mir daher Angst, daß wiederum ein Angehöriger seines Geschlechtes hier wohnen wollte, und ich hatte das Gefühl, ich müßte ihn vor der ihm drohenden Gefahr warnen. Weiter beabsichtigten meine Worte nichts. Von jetzt an will ich dem Gang der Ereignisse an der Hand meiner an Sherlock Holmes gerichteten Briefe folgen. Baskerville Hall den 13. Oktober Mein lieber Holmes, meine bisherigen Briefe und Depeschen haben dich so ziemlich auf dem Laufenden gehalten, und du weißt wohl alles, was in diesem höchst gottverlassenen Erdenwinkel vorgeht. Je länger man hier bleibt, desto tiefer drückt sich der Geist des Moors der Seele ein. Daß du in den letzten Tagen keinen Bericht erhieltest, erklärt sich daraus, das nichts von Bedeutung zu melden war. Dann aber trat ein ganz überraschender Umstand ein, mit welchem ich dich im Verlauf meiner Darstellung bekannt machen werde. Vor allen Dingen aber muß ich dich mit einigen anderen Momenten in Fühlung bringen. Eines von diesen ist die von mir bisher nur flüchtig erwähnte Entweichung des Zuchthäuslers von Prinzthorn. Er hatte das Moor erreicht. Jetzt ist aber mit gutem Grunde anzunehmen, daß er die Gegend gänzlich verlassen hat, was für die einsam wohnenden Landleute dieser Gegend eine froh empfundene Erleichterung von schwerer Sorge ist. Seit seiner Flucht sind zwei Wochen vergangen, und während dieser ganzen Zeit hat man von ihm weder etwas gesehen noch gehört. Wir glauben daher, daß er fort ist, und die Pächter am Moorrand schlafen jetzt wieder viel besser. Wir im Schloss sind vier rüstige Männer, könnten uns also eines Angriffs leicht erwehren, aber ich gestehe, daß ich mir um die Stapletons Unruhe und Sorge gemacht habe. Sie wohnen meilenweit von jeder menschlichen Hilfe entfernt. In ihrem Hause sind ein Dienstmädchen, der alte Diener, die Schwester und der Bruder, und dieser Letztere ist kein sehr kräftiger Mann. Sie wären widerstandsunfähig, sobald ein verzweifelter Bursche wie der Mörder von Notting Hill in ihr Haus eingedrungen wäre. Sir Henry begriff ebenso gut die Gefährlichkeit ihrer Lage und schlug ihnen vor, den Stallknecht Perkins zu ihnen zu schicken, um in Merripit House zu schlafen, aber Stapleton wollte nichts davon wissen. Schon am ersten Tage machte er Sir Henry seinen Besuch, und gleich am anderen Morgen nahm er uns mit nach der Stelle, wo der Sage nach der verruchte Hugo seinen Tod fand. Der Ort liegt ein paar Meilen jenseits des Moors und machte einen so traurigen Eindruck auf das Gemüt, daß man das Entstehen der Sage sehr wohl begreift. Auf dem Rückwege kehrten wir zum Frühstück in Merripit House ein, und hier machte Sir Henry Fräulein Stapletons Bekanntschaft. Vom ersten Augenblick an schien er sich stark zu ihr hingezogen zu fühlen, und ich müßte mich sehr irren, wenn das Gefühl nicht gegenseitig ist. Sir Henry fragte Stapleton mehr als einmal, ob er wirklich an die Möglichkeit glaube, daß übernatürliche Mächte sich in die Geschicke sterblicher Menschen einmischen könnten. Er sagte das in scherzenden Ton, aber es war leicht zu merken, daß er die Sache vollkommen ernst meinte. Stapleton war in seinen Antworten vorsichtig. Er sagte offenbar nicht alles, was er dachte, und hielt mit seiner wahren Meinung aus Rücksicht auf die Gefühle des Baronetts zurück. Man sollte denken, eine solche Partie müßte Stapleton sehr willkommen sein. Indessen habe ich mehr als einmal auf seinem Gesicht einen Ausdruck schärfster Missbilligung gelesen, wenn Sir Henry seiner Schwester irgendein Kompliment machte. Neulich, um den Tag ganz genau zu bezeichnen am Donnerstag, frühstückte Dr. Mortimer bei uns. Nach dem Essen kamen auch Stapleton, und der gute Doktor führte uns alle nach der Taxusallee, um uns auf Sir Henrys Bitten genau zu erklären, wie der Vorgang in der verhängnisvollen Nacht sich abspielte. Die Taxusallee ist ein langer, öder Weg zwischen zwei hohen, geschorenen Wänden. Ein schmaler Grasstreifen befindet sich an jeder Seite. Ungefähr auf halbem Wege ist die Moorpforte, wo der alte Herr seine Zigarrenasche abgestreift hatte. Es ist eine weiße Lattentür, die mit einem Riegel verschlossen ist. Dahinter erstreckt sich das weite Moor. Ich erinnerte mich der von dir aufgestellten Mutmaßung über den Hergang und versuchte mir ein Bild davon zu machen. Als der alte Herr an der Pforte stand, sah er irgendetwas über das Moor kommen, irgendein Etwas, das ihn so in Schrecken setzte, dass er die Besinnung verlor und rannte und rannte, bis er vor reiner Angst und Erschöpfung tot hinfiel. Seitdem ich meinen letzten Brief schrieb, habe ich noch einen anderen Nachbarn kennengelernt, Herrn Franklin von Lefterhall, vier Meilen von uns in südlicher Richtung gelegen. Er ist ein älterer Herr mit rotem Gesicht, weißem Haar und höchst cholerischer Gemütsanlage. Seine Leidenschaft ist das britische Recht und er hat ein bedeutendes Vermögen in Prozessen draufgehen lassen. Abgesehen von seiner Prozesssucht macht er den Eindruck eines freundlichen und gutmütigen Menschen und ich erwähne ihn nur, weil du mir besonders einschärftest, ich sollte die Personen unserer Umgebung genauer beschreiben. Gegenwärtig hat er eine sonderbare Beschäftigung, er ist Amateur Sterngucker und besitzt in dieser Eigenschaft ein ausgezeichnetes Fernrohr. Mit diesem liegt er nun den ganzen Tag auf dem Dach seines Hauses und sieht auf das Moor hinaus, in der Hoffnung, den entsprungenen Zuchthäusler zu entdecken. Und nun, nachdem ich dir über den entsprungenen Sträfling, über die Stapletons, Dr. Maltimer und Herrn Franklin von Lefter Hall alles mir Bekannte mitgeteilt habe, will ich mich zum Schluss dem wichtigsten Teil meines Berichtes zuwenden und dir einiges Neue über die Barrymoors melden, besonders eine überraschende Wendung, die die furige Nacht gebracht hat. Wie du weißt, habe ich keinen sehr festen Schlaf und seitdem ich hier auf meinem Beobachtungsposten bin, ist mein Schlummer leiser denn je. Heute Nacht, es war gegen zwei Uhr morgens, weckte mich das Geräusch verstohlener Schritte auf dem Korridor. Ich stand auf, öffnete meine Tür und lugte hinaus. Ein langer schwarzer Schatten schwebte den Korridor hinunter ging. Er war in Hemd und Hosen und barfüßig. Ich konnte nur die Umrisse seiner Gestalt sehen, merkte aber an der Größe, dass es Barrymore war. Er ging sehr langsam und vorsichtig und seine ganze Erscheinung hatte etwas unbeschreiblich Scheues und Schuldbewusstes an sich. Ich schlich mich so geräuschlos wie möglich den Gang entlang und sah an das Zimmer hinein. Barrymore hockte am Fenster und hielt sein Licht an die Scheibe. Sein Profil war mir halb zugewandt und sein Gesicht war starr gespannt. Er spähte in die auf dem Moor liegende Finsternis hinaus. Mehrere Minuten lang wartete er, dann stieß er einem tiefen Seufze aus und löschte das Licht. Sofort ging ich nach meinem Zimmer zurück und ganz wenige Augenblicke darauf kamen wieder die verstohlenen Schritte an meiner Tür vorbei. Lange Zeit nachher, als ich in einen leichten Schlummer gefallen war, hörte ich einen Schlüssel sich in einem Schloss drehen, konnte aber nicht feststellen, aus welcher Richtung der Laut kam. Zweiter Bericht des Dr. Watson Baskerville Hall, den 15. Oktober Mein lieber Holmes, Der Höhepunkt meines letzten Berichtes war die Überraschung Barry Moores am Fenster, und heute habe ich wieder einen ganzen Vorrat an Neuigkeiten, von denen ich annehmen darf, dass sie dir nicht wenig überraschend kommen werden. Die Ereignisse haben eine Wendung genommen, die sich gar nicht vorhersehen ließ. Ehe ich mich am anderen Morgen zum Frühstück begab, ging ich in den Korridor hinunter und untersuchte das Zimmer, worin Barry Moor die Nacht vorher gewesen war. Eine Eigentümlichkeit fiel mir auf. Man hat von dort einen vollkommenen Überblick über das Moor. Durch eine Lücke zwischen zwei Bäumen sieht man es ganz nahe und deutlich vor sich liegen, während man von den anderen Fenstern aus nur entferntere Partien des Moors in verschwommenen Umrissen sieht. Da also nur dies eine Fenster die erwähnte Eigenschaft aufweist, so folgt daraus, dass Barry Moor irgendwen oder irgendwas auf dem Moor suchte. Die Nacht war sehr finster. Ich kann mir daher kaum vorstellen, wie er hoffen konnte, jemanden in der Dunkelheit zu sehen. Mir war der Gedanke gekommen, es könnte sich möglicherweise um irgendeine Liebesintrige handeln. Das hätte sein heimliches Umherschleichen und sogleich auch die niedergedrückte Stimmung seiner Frau erklärt. Das Öffnen der Tür, das ich später im Halbschlummer gehört hatte, ließ sich damit erklären, dass er zu einem heimlichen Stell-Dich-Ein ins Freie gegangen war. Mit diesem Gedanken beschäftigte ich mich den Morgen über. Ich suchte also nach dem Frühstück den Baronett in seinem Arbeitszimmer auf und teilte ihm alles mit, was ich gesehen hatte. Er war weniger überrascht, als ich es erwartet hatte. Wir beschlossen, Barrymore nachzugehen und mit eigenen Augen zu sehen, was er jede Nacht in dem Zimmer machte. Sir Henry rieb sich vergnügt die Hände. Augenscheinlich begrüßte er das Abenteuer als eine Abwechslung in seinem so ruhigen Leben auf dem Moor. Der Baronett hat sich mit dem Baumeister, der für Sir Charles die Pläne entworfen hatte, und auch mit einem Londoner Bauunternehmer in Verbindung gesetzt. Wir können daher erwarten, daß hier in kurzer Zeit große Veränderungen Platz greifen. Wenn das Haus umgebaut und neu eingerichtet ist, fehlt bloß noch eine Frau, um es vollständig zu machen. Unter uns gesagt, es geht aus recht deutlichen Anzeichen hervor, daß es daran nicht fehlen wird, wenn nur die Dame will, denn ich habe selten jemand so verliebt gesehen, wie er's in auch mit dieser Liebe nicht so sacht und eben, wie man's den Umständen nach erwarten sollte. Aus unerfindlichen Gründen hat Stapleton mächtige Einwände gegen eine Beziehung zwischen seiner Schwester und Sir Henry. Nach einem Spaziergang, auf welchem ich ihm unbeobachtet folgte, ganz nach deiner Anweisung, mein lieber Holmes, begann Sir Henry zu erzählen, Stapleton ließ uns nie ungestört beisammen ein paar Worte mit ihr unter vier Augen zu sprechen. Sie freute sich ebenfalls mit mir zusammen zu kommen, aber als wir uns dann trafen, wollte sie nichts von Liebe hören, geschweige denn selbst davon sprechen. Fortwährend kam sie darauf zurück, daß die Gegend gefahrvoll wäre und daß sie nicht mehr glücklich sein könnte, als bis ich den Ort verlassen hätte. Ich sagte ihr, seit ich sie gesehen, hätte ich's mit der Abreise durchaus nicht eilig, und wenn sie wirklich wünschte, daß ich ginge, so gebe es kein anderes Mittel, als wenn sie mit mir ginge, und ich bot ihr in bereten Worten mich als Gatten an, aber bevor sie antworten konnte, da kam ihr Bruder auf uns los gesprungen mit einem Gesicht wie ein Irrsinniger. Er war kreideweiß vor Wut und seine hellblauen Augen schleuderten Blitze. Was machte ich damit der Dame? Wie könnte ich's wagen, ihr Aufmerksamkeiten zu erweisen, die ihr nicht willkommen wären? Glaubte ich vielleicht, weil ich Baronett wäre, könnte ich's tun, wie mir's gefiele? Wir wurden indessen der Beschäftigung mit unseren Mutmaßungen bald überhoben, indem der Bruder noch am selben Nachmittag einen Besuch auf Barst Cerville Hall machte. Er kam, um sich wegen seines ungezogenen Benehmens zu entschuldigen und das Endergebnis einer langen Unterredung, die er mit Sir Henry unter vier Augen in dessen Arbeitszimmer hatte, ist, daß der Bruch vollkommen wieder ausgeglichen ist und daß wir zum Zeichen der Versöhnung am Freitag nach Merripit House zum Essen kommen sollen. Stapleton erklärte seinen Unmut mit der Angst seine Schwester seinen einzigen Gefährten zu verlieren. So ist also eines von unseren kleinen Geheimnissen aufgeklärt. Und nun komme ich zu dem anderen Faden, den ich aus dem wirren Knäuel freigemacht habe, zu dem Geheimnis der nächtlichen Seufzer, der Tränenspuren auf Frau Barimors Gesicht, der verstohlenen Wanderungen des Schlossverwalters zu dem Fenster an der westlichen Seite des Hauses. Ich habe heute früh ein langes Gespräch mit Sir Henry gehabt, und wir haben aufgrund meiner in der vorigen Nacht gemachten Beobachtungen einen Feldzugsplan entworfen. Ich saß mit Sir Henry bis gegen drei Uhr früh in seinem Zimmer auf, aber kein Laut irgendwelcher Art ließ sich vernehmen. Nur die Wanduhr auf dem Treppenflur hörten wir schlagen. Es war eine höchst melancholische Nachtwache, die damit endete, daß wir alle beide in unseren Stühlen einschliefen. Am nächsten Abend schraubten wir wieder unser Lampenlicht niedrig und saßen Zigaretten rauchend in lautloser Stille da. Die Stunden schlichen mit unglaublicher Langsamkeit dahin, doch half uns eine Art von geduldiger Neugier darüber hinweg, wie wohl der Jäger sie spüren mag, der neben einer Falle, in der er ein wildes Tier zu fangen hofft, auf der Lauer liegt. Es schlug eins, dann zwei, und wir hätten es beinahe zum zweiten Male am Erfolg verzweifelnd aufgegeben, da plötzlich richteten wir uns beide zugleich Kerzen gerade in unseren Stühlen auf. Alle unsere Sinne waren aufs Schärfste angespannt. Wir hörten auf dem Gange das leise Geräusch eines Schrittes. Ganz leise, leise hörten wir den Mann entlang schleichen, bis das Geräusch in der Ferne erstarb. Dann öffnete der Baronett leise die Tür, und wir machten uns zur Verfolgung auf. Unser Mann war bereits bei der Galerie um die Ecke gebogen, und der Korridor lag in tiefer Finsternis da. Leise schlichen wir uns den Gang entlang nach dem anderen Flügel. Wir erhaschten gerade noch den Anblick der langen schwarzbärtigen Gestalt, die von übergebeugt und auf den Zehenspitzen gehend den Korridor entlang schlich. Dann trat er in dieselbe Tür ein wie das vorige Mal, und in dem Kerzenlicht zeichnete sich der viereckige Türrahmen mit gelbem Schein auf dem schwarzen Korridor ab. Wir hatten uns keinen bestimmten Plan gemacht, aber dem Wesen des Baronetts entspricht es, stets den geradesten Weg zu gehen. Er betrat das Zimmer und sofort sprang Barry Moore mit einem scharfen, keuchenden Atemzug von seinem Platzer am Fenster auf und stand bleich und zitternd vor uns. Seine dunklen Augen und blickten voll von entsetzter Überraschung auf Sir Henry und mich. Der Mann sah uns mit einem hilflosen Ausdruck an und krampfte die Hände zusammen, wie wenn er im höchsten gerade verzweifelt wäre. Ein plötzlicher Gedanke durchfuhr mich und ich nahm die Kerze von dem Fenster Brett, worauf der Mann sie gestellt hatte. Er muss die Kerze als ein Zeichen ans Fenster gehalten haben, sagte ich, wir wollen doch mal sehen, ob nicht irgendeine Antwort darauf gegeben wird. Ich hielt das Licht genauso, wie Barrymore es getan hatte und spähte in die nächtliche Finsternis hinaus. Nur undeutlich konnte ich die schwarze Masse der Baumwipfel unterscheiden und dahinter die hellere Fläche des Moors, denn der Mond war hinter den Wolken verborgen. Dann auf einmal stieß ich einen triumphierenden Ruf aus, denn ein feines, nadelförmiges Lichtpünktchen durchbrach plötzlich den schwarzen Schleier und glühte auf demselben Fleck bleibend in dem dunklen, vom Fenster eingerahmten Viereck. Bewegen Sie Ihr Licht vor dem Fenster hin und her, Watson, rief der Baronett. Sehen Sie, das andere bewegt sich ebenfalls. Nun, Sie Schurke, leugnen Sie immer noch, dass es ein Signal ist. Vorwärts, heraus Wer ist Ihr Mitverschworener da draußen und was für eine Verschwörung ist hier im Gange? Barrymore schwieg, als plötzlich seine Frau antwortete. Mein unglücklicher Bruder irrt hungernd auf dem Moor herum. Wir können ihn nicht unmittelbar vor unserer Tür umkommen lassen. Das Licht ist ein Zeichen für ihn, dass wir Lebensmittel für ihn bereithalten und das Licht dort drüben bezeichnet die Stelle, wohin wir Das also war die Erklärung des heimlichen nächtlichen Herumschleichens und des an das Fenster gehaltenen Lichtes. Sir Henry und ich starrten ganz verdutzt die Frau an. War es möglich, konnte diese augenscheinlich beschränkte, aber dabei ehrbare Person vom selben Fleisch und Blut sein wie einer der berüchtigsten Verbrecher im ganzen Lande? Sir Henry schickte die Barrymore's auf ihr Zimmer. Um am nächsten Morgen weiter darüber zu sprechen. Als sie fort waren, sahen wir wieder aus dem Fenster. Sir Henry hatte es aufgestoßen und der kalte Nachtwind schlug uns ins Gesicht. In der finsteren Ferne klomm noch immer das gelbe Lichtpünktchen. Sir Henry schlussfolgerte, daß es nicht sehr weit sein konnte, da Barrymore die Lebensmittel hinauszubringen hatte und sagte, Watson, da draußen wartet der Schurke, neben seinem Licht, zum Donnerwetter, ich will hinaus und den Kerl festnehmen. Die Nachtluft war drückend schwer von Nebel und Dunst. Ab und zu wurde der Mond für einen Augenblick sichtbar, aber der Himmel war dicht von eilenden Wolken. Und gerade als wir auf das Moor hinaus traten, begann ein feiner Regen zu fallen. Das Licht brannte noch immer gerade vor uns auf demselben Fleck. Plötzlich erhob sich aus der weiten Fläche des Moors jener seltsame Schrei, den ich schon einmal am Rande des großen Grimpener Sumpfes vernommen hatte. Ich erzählte dem entsetzten Sir Henry, daß Stapleton das Geräusch mit dem Schrei eines seltsamen Vogels aus dem Grimpener Moor erklärte und schlug vor, nach Baskerville Hall umzukehren. Doch Sir Henry ließ sich nicht abbringen. Wir tappten langsam in der Finsternis vorwärts, rings um uns war der schwarze Kranz der zerklüfteten Felsenhügel, vor uns brannte immer auf demselben Fleck der gelbe Lichtpunkt. Kaum hatten wir den entflohenen Verbrecher entdeckt, machte er sich auf und sprang mit der Gewandtheit einer Bergziege und wir sahen keine Möglichkeit, ihn einzuholen. Schließlich gaben wir die Verfolgung auf und setzten uns keuchend auf zwei große Steine. Von hier aus sahen wir ihn in der Ferne verschwinden. In diesem Augenblick trat etwas ganz Seltsames und Unerwartetes ein. Zu unserer Rechten stand der Mond niedrig am Himmel und die zackige Spitze eines Granitfelsens hob sich von dem unteren Rande der silbernen Mondscheibe ab und in scharfen Umrissen schwarz wie eine Ebenholzstatue von dem leuchtenden Hintergrund der sich abhebend sah ich die Gestalt eines Mannes auf der Felsspitze stehen. Mit einem Ausruf der Überraschung streckte ich meinen Arm aus, um ihn dem Baronett zu zeigen, aber in dem Augenblick, wo ich gegangen und hätte die Felsspitze untersucht, aber die Entfernung bis dahin war ziemlich groß. Des Baronetts Nerven waren noch von jenem Geheul angegriffen, das ihm die düstere Geschichte seiner Familie zum Bewusstsein gebracht hatte, und er war nicht in der Stimmung, noch neue Abenteuer aufzusuchen. Heute gedenken wir, den Beamten von Brinstown mitzuteilen, wo sie nach ihrem Flüchtling suchen müssen, aber es tut uns doch außerordentlich leid, dass wir nicht den Triumph gehabt haben, ihn als unseren eigenen Gefangenen einzuliefern. Auszug aus meinem Tagebuch Den 16. Oktober Ein trüber, nebeliger Tag mit unaufhörlichem feinen Sprühregen. Melancholische Stimmung draußen und drinnen. Wir blicken jetzt auf eine lange Reihenfolge einzelner Ereignisse zurück, die alle ohne Ausnahme darauf schließen lassen, dass irgendeine unheimliche Macht in unserer Nähe am Werke ist. Ich gedachte, Sir Henry, von allen meinen Plänen in Kenntnis zu setzen. Ein zweiter und klügerer Gedanke jedoch brachte mich zum Entschluß, auf eigene Faust zu handeln und so wenig wie möglich von meinen Gedanken verlauten zu schließlich will ich nicht sagen, was seine Beängstigung womöglich noch vermehren könnte, aber ich will meine Vorkehrungen treffen, um meinen Zweck zu erreichen. Heute Morgen nach dem Frühstück hatten wir eine kleine Szene. Barrymore bat Sir Henry um eine Unterredung und sie verweilten kurze Zeit unter vier Augen in seinem Arbeitszimmer. Barrymore hatte Einwände gegen unsere Überlegung wegen des Verbrechers die Polizei zu benachrichtigen. Er sei trotz allem doch der Bruder seiner Frau und er würde in naher Zukunft nach Südamerika fliehen und keinen mehr bedrohen. Da beschlossen Sir Henry und ich, der Polizei keine Meldung zu machen. Barrymore stammelte noch einige Worte des Dankes und ging. Plötzlich aber blieb er zögernd stehen, kam zurück und sagte, er wüsste, warum Sir Charles in der Nacht seines Todes draußen an der Pforte war. Er hätte eine Verabredung mit einem Weibe gehabt. Frau Barrymore hatte die Asche eines verbrannten Briefes, den Sir Henry am Morgen jenes schrecklichen Abends erhalten hatte, im Kamin gefunden. Eine Frauenhandschrift hatte ihn mit LL unterzeichnet und in Coom Tracy aufgegeben. Mehr Aussagen konnte Barrymore leider nicht machen. Den 17. Oktober. Heute strömte den ganzen Tag der Regen ernieder. Als es Abend wurde, zog ich meinen Regenmantel an und wanderte voll düsterer Gedanken weit hinaus in die Regen durchweichte Heide und ließ mir den kalten Regen ins Gesicht schlagen und und den Wind um die Ohren pfeifen. Ich fand die schwarze Felsenspitze, auf dessen Höhe ich den einsamen nächtlichen Gesellen gesehen hatte. Ich erklomm die schroffe Zacke und blickte von der Höhe aus über die traurig düstere Hügellandschaft. Die beiden schlanken Türme von Baskerville Hall waren die einzigen Anzeichen menschlichen Lebens, die ich erblicken konnte. Die einzigen Wohnungen weit und breit waren die plumpen prähistorischen Steinhütten auf den Abhängen der Hügel. Nirgends eine Spur von dem einsamen Manne, den ich in der vergangenen Nacht an dieser selben Stelle sah. Auf dem Rückwege überholte mich Dr. Mortimer in seinem Wägelchen. Er bat mich dringend in seinen Wagen zu steigen, da er mich durchaus nach Hause bringen wollte. Ich erkundigte mich bei Mortimer nach einer weiblichen Person, deren Name mit den Anfangsbuchstaben LL begann. Ich erfuhr, daß Laura Lyons in Coombe Tracy wohnte und die Tochter des alten Franklin war. Ich konnte seine Neugier durch ein Ablenkungsmanöver in sein Fachgebiet der Anthropologie befriedigen. Mortimer blieb bei uns zu Tisch und ich hatte Gelegenheit unbeobachtet mit Barry Moore zu reden. Ich erfuhr, daß der entflohene Sträfling ihm von dem Mann im Moor berichtet hatte, den ich nachts auf der Felsspitze gesehen hatte. Anscheinend mußte dieser Mann in den alten Häusern am Hügel in einer von den alten Steinhütten hausen und wurde wohl von einem kleinen Jungen versorgt. Ich schwor, dem Geheimnis auf den Grund zu kommen. 18. Oktober Ich hatte keine Gelegenheit gefunden, den Baronett noch im Laufe des Abends von den neuen Mitteilungen betreffs Frau Lyons in Kenntnis zu setzen, denn Dr. Mortimer blieb bis tief in die Nacht hinein mit ihm am Spieltische sitzen. Beim Frühstück jedoch teilte ich ihm meine Entdeckung mit und fragte ihn, ob er Lust hätte, mich nach Coom Tracy zu begleiten. Zuerst war er Feuer und Flamme für diesen Plan, nach reiflicherem Überlegen jedoch schien es uns beiden, ich würde vielleicht mehr ausrichten, wenn ich allein ginge. Es war sehr leicht möglich, daß wir um so weniger erfuhren, je formvoller wir den Besuch machten. Ich ließ daher, wenngleich nicht ohne einige Gewissensbisse, Sir Henry allein zurück und machte mich auf meinen Weg. In Coom Tracy angekommen, fand ich ohne Mühe ihre Wohnung, die mitten im Ort lag und gut eingerichtet war. Ein Dienstmädchen ließ mich ohne weitere Förmlichkeiten in das Wohnzimmer eintreten und eine Dame, die vor einer Remington Schreibmaschine saß, sprang auf und bewillkommnete mich mit einem freundlichen Lächeln. Dieser Ausdruck von Freundlichkeit verschwand indessen, als ich sah, dass ich ein Unbekannter war. Sie setzte sich wieder hin und fragte mich nach dem Anlass meines Besuches. Unverblümt fragte ich Frau Lainz, ob sie mit Sir Charles in Briefwechsel gestanden und ihn je persönlich getroffen hätte. Sie bejahte beide Fragen, aber sie verleugnete zunächst alle Kenntnis des verbrannten Briefes. Schließlich, zum Ende unseres Gesprächs hin, gelang es mir, sie zu überzeugen, die Wahrheit zu sagen. Sie erzählte mir ihre traurige Lebensgeschichte und gab endlich zu, den Brief nicht in böser Absicht geschrieben zu haben. Sie wäre an jenem Abend verhindert gewesen und hätte am nächsten Morgen durch die Zeitung von dem grausamen Tod Sir Charles erfahren. Es war nicht anzunehmen, dass sie geleugnet hätte, in der Taxusallee von Baskerville Hall gewesen zu sein, wenn sie in Wirklichkeit dort gewesen wäre, denn, um dorthin zu gelangen, hätte sie sich unbedingt eines Wagens bedienen müssen, und dieser hätte nicht vor den frühen Morgenstunden wieder nicht geheim halten. Es war also anzunehmen, dass sie in dieser Hinsicht die Wahrheit sagte, oder wenigstens einen Teil der Wahrheit. Und doch, je mehr ich an das Minenspiel und das Benehmen der Dame dachte, desto stärker wurde der Eindruck, dass sie mir irgendetwas verheimlichte. Warum war sie so bleich geworden? Warum mußte ihr jedes Zugeständnis sozusagen abgekämpft werden? Warum war sie in jenen Tagen, als die Tragödie die ganze Gegend in Auffur versetzt hatte, so schweigsam gewesen? Ganz gewiß ließ dies alles sich nicht auf eine so unschuldige Art erklären, wie sie mich glauben machen wollte. Für den Augenblick konnte ich indessen keine weiteren Schritte in jener Richtung tun, sondern mußte mich zu der anderen Spur wenden, die in den Steinhütten auf dem Moor zu suchen war. War dieser Mann in der Hütte, so mußte er mir selber gestehen, wenn nötig, vor der Mündung meines Revolvers, wer er war und warum er uns so lange nachgespürt hatte. Sollte ich dagegen die Hütte finden, ihr Bewohner aber nicht anwesend sein, nun, so mußte ich dort warten, bis er zurückkehrte, mochte meine Wache auch noch so lange dauern. Während all unserer Bemühungen war das Glück immer und immer wieder uns feindlich gewesen, nun, auf einmal kam es uns zu Hilfe, und der Glücksbringer war niemand anderes, als der alte Franklin, der mit seinem grauen Backenbart und roten Gesicht vor seiner Gartenpforte auf dem Wege stand, den ich entlang fuhr. Ich empfand durchaus keine freundschaftlichen Gefühle für den Mann, der nach allem, was man mir erzählte, seine so schlecht behandelt hatte, aber mir lag viel daran, Perkins mit dem Fuhrwerk nach Hause zu schicken, und diese Gelegenheit war günstig. Ich stieg also aus und sagte dem Kutscher, er möchte Sir Henry bestellen, dass ich zur Essenszeit zu Hause sein würde. Dann folgte ich Franklin in sein Speisezimmer. Durch einen Zufall erfuhr ich vom alten Franklin Einzelheiten zum Aufenthaltsort unseres mysteriösen Beobachters im Moor. Er berichtete mir, es wird Sie überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass sein Essen ihm von einem Knaben gebracht wird. Ich sehe ihn jeden Tag durch mein Fernrohr, das oben auf meinem Dache steht. Er geht Er geht um die selbe Stunde den selben Weg entlang und zu wem sollte er gehen als zu dem Streifling. Plötzlich entdeckte er jenen Knaben hinten am steinigen Blecktor. Ich sah durch das Fernrohr, das auf dem flachen Dache seines Hauses stand. Richtig, da ging ein Junge mit einem kleinen Bündel auf der Schulter. Er stieg langsam den Hügel hinauf, und als er oben war, sah ich einen Augenblick lang die zerlumpte Gestalt sich gegen den kalten blauen Himmel abheben. Er sah sich mit auch Franklin von seiner Absicht abzubringen, mich nach Baskerville Hall zu begleiten. Solange er mir noch mit dem Augen folgen konnte, blieb ich auf der Straße, dann aber bog ich vom Wege ab in das Moorland hinein und schritt auf den Felsenhügel zu, auf dessen Kuppe der Junge verschwunden war. Unter mir in einer Schlucht war ein Kreis der alten Steinhütten des Wetters Schutz bieten zu können. Das Herz klopfte mir, als ich sie sah. Dies mußte das Versteck sein, worin der Fremde hauste. Endlich berührte mein Fuß die Schwelle seiner Zufluchtsstätte. Sein Geheimnis lag greifbar vor mir. Vorsichtig näherte ich mich der Hütte und ich bemerkte mit Befriedigung, dass die Stätte wirklich als Wohnung benutzt worden war. Mitten im Raum lag ein flacher Stein, der als Tisch diente und auf diesem lag, in ein Tuch eingewickelt, ein kleines Bündel. Ohne Zweifel dasselbe, das ich durch das Fernrohr auf der Schulter des Jungen bemerkt hatte. Es enthielt einen Leib Brot, eine Büchse mit Zunge und zwei Dosen mit eingemachten Pfirsichen. Ich prüfte alle diese Gegenstände sorgfältig und als ich sie wieder hinsetzte, bemerkte ich plötzlich mit Herzklopfen, daß unter dem Bündel ein Blatt Papier lag, worauf etwas geschrieben war. Ich nahm es in die Hand und las folgende Worte, die in unbeholfenen Zügen mit Bleistift gekritzelt waren. Dr. Watson ist nach Coomtresi gefahren. Eine Minute lang stand ich, das Papier in der Hand haltend, regungslos da. Was bedeutete diese kurze Botschaft? So war ich es also und nicht Sir Henry, der von diesem geheimnisvollen Mann belauert wurde. Er war mir nicht selber gefolgt, sondern hatte mir einen Agenten, vielleicht den Jungen, auf die Spur gehetzt und dies war der Bericht. Vielleicht hatte ich seit meiner Ankunft auf dem Moor keinen einzigen Schritt getan, der nicht beobachtet und berichtet worden war. Ich nahm mir fest vor, die Hütte nicht eher zu verlassen, als bis ich mir darüber Klarheit verschafft hätte. Aufgeregt, aber fest entschlossen, saß ich im finsteren Versteck der Hütte und erwartete mit düsterer Geduld die Heimkehr ihres Bewohners. Endlich hörte ich ihn. Ein scharfes Klappen von einem Stiefel, der fest auf den Felsgrund auftrat. Und noch ein Klappen und wieder und wieder eins, näher und immer näher. Ich zog mich ganz in die dunkelste Ecke zurück und spannte den Revolver in meiner Tasche, fest entschlossen, meine Anwesenheit nicht eher zu verraten, als bis es mir gelungen wäre, einen Blick auf den Fremden zu werfen. Dann kam eine lange Pause. Ich hörte nichts mehr. Offenbar war er stehen geblieben. Dann kamen wieder die Fußtritte näher und ein Schatten fiel quer über die Türöffnung. »Es ist ein schöner Abend, mein lieber Watson«, sagte eine wohlbekannte Stimme. »Ich glaube wirklich, du sitzt hier außen angenehmer als drinnen.« Ein paar Augenblicke saß ich bewegungslos da. Mir stockte der Atem. Kaum wollte ich meinen Ohren trauen. Dann auf einmal hatte ich ein Gefühl, als ob eine erdrückende Last von Verantwortlichkeit mir plötzlich von der Seele genommen würde. Diese kalte, schneidende, ironische Stimme konnte auf der ganzen Welt nur einem einzigen Mann angehören. Ich bückte mich und kroch unter dem roh behauenen Steinblock durch, der quer über der Türöffnung lag. Richtig. Da saß Holmes draußen auf einem Stein und seine grauen Augen tanzten vor Vergnügen, als sein Blick auf mein erstauntes Gesicht fiel. Er war mager und abgezehrt, dabei aber frisch und gesund. Sein scharf geschnittenes Gesicht war von Sonne und Wind gebräunt. Seiner Kleidung nach sah er aus wie ein gewöhnlicher Tourist, der das Moor besucht, und mit seiner katzenmäßigen Vorliebe für persönliche Sauberkeit hatte er es fertiggebracht, daß sein Kinn so glatt und seine Wäsche so sauber waren, wie wenn er in seiner Wohnung in der Baker Street gewesen wäre. Holmes war sichtlich erstaunt, wie ich ihn hatte finden können. Es überraschte mich allerdings nicht, daß er bereits von Franklin und seinem Fernrohr und auch von Frau Lyons wusste. Ich war jedenfalls froh, Holmes hier zu sehen und die Verantwortlichkeit abgeben zu können. Mein Freund hatte sich ohne mein Wissen hier versteckt, um sich als unbeteiligter Beobachter frei bewegen und seine Schlüsse unbeeinflusst ziehen zu können. Sein Lob über meine Berichte verscheuchte den Ärger über die Komödie, die er mir gespielt hatte. Die Sonne war untergegangen und die Dämmerung senkte sich auf das Moor herab. Die Luft war kühl geworden und wir zogen uns daher in die Hütte zurück, wo es wärmer war. Dort saßen wir im Zwielicht nebeneinander und ich berichtete Holmes meine Unterhaltung mit der Dame. Sie interessierte ihn in so hohem Grade, daß ich manche Stellen wiederholen mußte, ehe er sich für befriedigt erklärte. Dies ist von höchster Wichtigkeit, rief er, als ich fertig war. Eine Lücke in diesem sehr verwickelten Fall, die ich nicht überbrücken konnte, ist jetzt ausgefüllt. Du weißt vielleicht, daß zwischen der Dame und diesem Stapletten eine sehr innige Vertraulichkeit besteht. Von enger Vertraulichkeit war mir nichts bekannt. Holmes fuhr fort. In dieser Beziehung kann kein Zweifel abwalten. Sie kommen zusammen, sie schreiben sich, es herrscht zwischen ihnen ein vollkommenes Einverständnis. Nun, durch deine Unterredung haben wir eine sehr wirksame Waffe in unsere Hände bekommen. Wenn ich diese nur abwenden könnte, um seine Frau von ihm abzubringen. Seine Frau? unterbrach ich Holmes. Holmes hatte Erkundigungen eingezogen und so herausgefunden, daß die Stapletons ein Ehepaar waren. Man konnte über keinen Menschen leichter etwas erfahren, als über einen Schullehrer. Alle meine unausgesprochenen, instinktivmäßigen Verdachtsgründe nahmen plötzlich bestimmte Formen an und alles sprach gegen den Naturforscher. In diesem leidenschaftslosen, blassen Mann mit seinem Strohhut und dem Schmetterlingsnetz glaubte ich jetzt, ein furchtbares Wesen zu sehen, ein Geschöpf voll unendlicher Geduld und Geschicklichkeit mit lächelndem Antlitz und einem Mörderherzen. Ein furchtbares Schurkenwerk, halb gesehen, halb nur geahnt, trat aus der Dunkelheit hervor, die mich so lange umfangen gehalten hatte. Noch eine letzte Frage, Holmes, sagte ich, indem ich aufstand. Ganz gewiß brauchen doch wir beide keine Geheimnisse voreinander zu haben. Was bedeutet dies alles? Was will er? Flüsternd antwortete Holmes mir, dass es kaltblütiger Mord sei. Nur das Warum wußte er noch nicht. Doch was war das? Ein furchtbarer Schrei, ein langer, gellender Schrei voll Angst und Entsetzen drang aus der Einsamkeit des schweigenden Moores zu uns herüber. So entsetzlich war der Ton, dass das Blut in meinen Adern zu Eis erstarrte. Holmes war aufgesprungen und ich sah die dunklen Umrisse seiner athletischen Gestalt sich in der Öffnung der Hütte abzeichnen. Die Schultern gebeugt, den Kopf vorgeneigt, mit scharfen Augen in die Finsternis hineinspähend. So stand er da. Der Schrei war laut zu uns herüber getrunken, weil er mit ungeheurer Heftigkeit ausgestoßen war, aber als er in einem Stöhnen erstarb, da erkannten wir, dass er in weiter Ferne irgendwo auf der dunklen Ebene erschollen war. Dann drang ein neuer Schrei an unser Ohr, näher, lauter, dringender als der Erste. Wo ist es? flüsterte Holmes, und ich erkannte an dem Zittern seiner Stimme, dass er, der Mann von Stahl und Eisen bis in die Tiefe seiner Seele erschüttert war. Wieder durchbrach der Todesschrei die nächtliche Stille, wieder lauter und näher als die vorigen, und ein neuer Laut mischte sich mit ihm, ein tiefer grollender Ton, klangvoll und doch drohend, steigend und fallend wie das unablässige tiefe Rauschen des Meeres. Der Hund, schrie Holmes, vorwärts, großer Gott, wenn wir zu spät kämen. Er war hinausgesprungen und rannte schnell über das Moor dahin. Ich folgte ihm unmittelbar auf den Fersen, aber auf einmal kam irgendwo aus der Wirrnis, der unmittelbar vor uns liegenden Schluchten und Klüfte, ein letzter verzweiflungsvoll aufgällender Schrei und dann ein dumpfer, schwerer Schlag. Wir standen still und lauschten. Aber kein Laut durchbrach mehr das drückende Schweigen der windstillen Nacht. Blind links rannten wir in die Finsternis hinein, wir stießen uns an Granitblöcken, brachen uns durch Ginsterbüsche Bahn, keuchten Hügel hinauf und sprangen mit großen Sätzen in Schluchten hinunter, doch gelang es uns im Großen und Ganzen die Richtung einzuhalten, aus der die fürchterlichen Schreie gekommen waren. Jedes Mal, wenn wir auf einer Höhe waren, warf Holmes einen schnellen Blick um sich, aber die Schatten lagen dick auf dem Moor und nichts bewegte sich auf der öden Fläche. Ein leises Stöhnen war an unser Ohr gedrungen und noch einmal es war zu unserer Linken. Dort lief ein Felsengrat in eine steile Wand aus, die eine mit Steinblöcken übersäte Schlucht überragte und auf diesem Grunde lag etwas Dunkles von eigentümlicher Form. Doch als wir hinzuliefen, nahmen die unbestimmten Linien feste Gestalt an. Es war ein Mann, der das Gesicht nach unten auf dem Boden lag. Holmes berührte ihn mit der Hand und erhob diese sofort wieder mit einem Ausruf des Entsetzens. Er rieb ein Zündholz an, der schwache Schein fiel auf seine blutbedeckten Finger und auf die grausige Blutlache, die langsam dem zerschmetterten Schädel des Opfers entfloß. Und er fiel noch auf etwas anderes, dessen Anblick uns vor weh krank machte und uns einer Ohnmacht nahe brachte, auf die Leiche von Sir Henry Baskerville. Keiner von uns beiden konnte einen Augenblick im Zweifel sein. Nur zu gut kannten wir den eigentümlich rötlichen, halbwollenen Anzug, denselben, den er an jenem ersten Morgen trug, als wir ihn in der Baker Street kennenlernten. Wir konnten nur den einen flüchtigen, aber untrüglichen Blick darauf werfen, dann flackerte das Zündholz und erloscht. Die Herzen von Bitterkeit erfüllt standen wir zu beiden Seiten des zerschmetterten Leichnams, überwältigt von diesem plötzlichen und nie wieder gut zu machenden Unglück, dass all unserer langen und mühseligen Arbeit ein so plötzliches Ende bereitet hatte. Dann, als der Mond aufgegangen war, kletterten wir zum Gipfel des Felsens empor, von dessen Höhe unser armer Freund abgestürzt war. Von dort aus späten wir über das weite Moor, auf welchem silbernes Mondlicht und düstere Schatten wechselten. In Meilen weiter Ferne, in der Richtung des Dorfes Grimpen, leuchtete ein einzelnes gelbes Licht, immer auf derselben Stelle. Es konnte nur das einsame Wohnhaus der Stapleton sein. Mit einem hasserfüllten Fluch schüttelte ich meine Fäuste nach jener Richtung. Holmes wußte, dass wir auf der Hut vor Stapleton sein mußten, sonst würde er uns noch entwischen. Wir kehrten zur Leiche unseres Freundes zurück, als Holmes plötzlich einen Freudentanz aufführte und etwas von einem Bart faselte. In fieberischer Hast hatten wir den Leichnam auf den Rücken gelegt und der zottige Bart starrte in der Tat zum kalten klaren Mond empor. Ein Zweifel war nicht möglich, die vorspringende Stirn, die eingesunkenen tierischen Augen, es war der Verbrecher selten. Und in einem Augenblick war mir alles klar. Ich erinnerte mich, dass der Baronett mir erzählt hatte, er hätte Barrymore seine alten Kleider überlassen, der sie an den entflohenen Sträfling weitergegeben hatte. Hemd, Mütze, alles hatte früher Sir Henry gehört. Die Tragödie war immer noch furchtbar genug, aber dieser Mann hatte doch wenigstens nach den Gesetzen seines Landes den Tod verdient. Ich setzte Holmes den Zusammenhang auseinander und mein Herz schlug hoch in Freude und Dankbarkeit. Wir rätselten über die Herkunft und den Verbleib des Hundes, als eine Gestalt über das Moor her auf uns zukam. Ich sah das düster rote Glühen einer Zigarre. Im Mondlicht konnte ich die schmächtige Gestalt des Naturforschers erkennen. Als er uns sah, blieb er stehen, dann kam er auf uns zu und rief, wahrhaftig, Dr. Watson, das können Sie doch nicht sein, Sie auf dem Moor zu sehen erwartet hätte. Aber mein Gott, was ist denn dies? Jemand verunglückt? Doch nicht um Gottes Willen sagen Sie mir nicht, dass es Sir Henry ist. Er sprang an mir vorbei und beugte sich über den Toten. Ich hörte, wie er einen gepressten Atemzug tat, und die Zigarre entfiel seiner Hand. Er konnte seine Enttäuschung niederkämpfen, als er sah, dass nicht Sir Henry vor ihm lag. Aber warum kam er mitten in der Nacht aufs Moor? Er teilte uns mit, er hätte sich Sorgen um den jungen Baskerville gemacht, der auf die Einladung nach Merripit House nicht erschienen sei. Ohne dem neugierigen Stapleton weitere Hinweise gegeben zu haben, verabschiedeten wir uns von ihm. Holmes ließ ihn in dem Glauben zurück, wir führen am nächsten Tage nach London zurück. Zurück in Baskerville Hall standen wir noch immer vor einem Rätsel. Uns fehlten gänzlich die Beweggründe des Verbrechers. Wir mussten Beweismaterial finden. Beim Abendessen unterrichteten wir Sir Henry von der Begebenheit im Moor, ohne zu viel über Stapleton zu berichten. Plötzlich schwieg Holmes und starrte über mich hinweg vor sich hin. Das volle Lampenlicht fiel auf sein scharf geschnittenes Gesicht, dessen zu höchster Aufmerksamkeit angespannte Züge an ein klassisches Bildwerk eine Verkörperung wachsamer Erwartung erinnerten. Was gibt's? riefen Sir Henry und ich wie aus einem Munde. Holmes betrachtete die an der gegenüberliegenden Wand hängende Reihe von Bildnissen. Sir Henry klärte uns über die abgebildeten Familienmitglieder auf. Holmes hackte nach. Und der Kavalier gerade meinem Platz gegenüber, der in dem schwarzen Samtrock mit Spitzenkragen. Es stellte sich heraus, dass Hugo, der Urheber allen Unheils, jene abgebildete Person war. Als sich Sir Henry nach dem Essen auf sein Zimmer begab, fragte Holmes, ob ich nicht eine Ähnlichkeit des Porträts mit einer lebenden Person feststellen könne. Er stieg auf einen Stuhl und verdeckte mit dem gekrümmten rechten Arm den Schlapphut und die Ringellocken, während er mit der linken die Kerze näher an das Bild hielt. »Himmlische Güte!« rief ich erstaunt. Aus der Leinwand starrte mir Stapletons Antlitz entgegen. Da hatten wir unseren Beweis. Am nächsten Morgen spann Holmes sein Netz dichter und dichter. Er teilte dem Baronett mit, daß wir nach London reisen würden und er sich des Abends allein zu den Stapletons begeben müsse. Außerdem wäre es von enormer Wichtigkeit, daß Sir Henry zu Fuß von Merripit Haus nach Baskerville Hall zurückkehre. Ich war über Holmes Anordnungen sehr erstaunt, obwohl ich mich erinnerte, daß er am Abend vorher zu Stapleton gesagt hatte, sein Besuch würde nur bis zum Morgen dauern. Ich hatte aber nicht gedacht, daß er mich mit nach London nehmen würde, und vor allen Dingen konnte ich nicht begreifen, daß gerade in diesem Augenblick dem Kritischen, wie er selber sagte, wir uns alle beide entfernen sollten. Natürlich war aber nichts anderes zu tun, als ihm blindlings zu gehorchen. Wir verabschiedeten uns also von unserem sehr verstimmten Freunde, Sir Henry, und waren ein paar Stunden später auf dem Bahnhof von Coombe Tracy, von wo wir den Wagen nach Baskerville Hall zurückschickten. Auf dem Bahnhof erfuhren wir, daß Lestrade, ein fähiger Geheimpolizist, heute noch ankommen werde. Holmes Feldzugsplan begann mir jetzt klar zu werden. Durch den Baronett wollte er die Stapletons überzeugen, daß wir abgereist wären. In Wirklichkeit dagegen würden wir im Augenblick, wo unsere Anwesenheit notwendig wäre, zur Hand sein. In der Zwischenzeit statteten wir Frau Lyons einen Besuch ab. Holmes konfrontierte sie mit der Wahrheit über die Stapletons. Sie überflog die Schriftstücke und sah uns dann mit dem starren Gesicht eines verzweifelten Weibes an. Herr Holmes rief sie endlich, dieser Mann hatte mir die Ehe versprochen, unter der Bedingung, daß ich meine Scheidung durchsetzen könnte. Er hat mich belogen, der Schurke, hat mich auf jede erdenkliche Weise belogen. Wir erfuhren, daß Tipleton Frau Lyons den Brief an Sir Charles diktiert hatte und ihr auch untersagt hatte, zu dem Treffen zu gehen. Allerdings wüßte sie den Grund nicht. Diese Informationen halfen Holmes. Er würde bald, sehr bald in der Lage sein, eine einfache zusammenhängende Darstellung eines der seltsamsten und sensationellsten Verbrechen der Gegenwart zu geben. Zu Sherlock Holmes Fehlern, vorausgesetzt, daß es überhaupt ein Fehler genannt werden kann, gehörte es, daß er eine große Abneigung dagegen hatte, von seinen Plänen etwas mitzuteilen, bevor der Augenblick der Ausführung dazu da war. Am Abend begaben wir uns zusammen mit Lestrade auf den Weg ins Moor. Vorsichtig gingen wir den Fußweg entlang, auf Meripid Haus zu, als wir noch ungefähr 200 Schritte davon entfernt waren, ließ Holmes uns Halt machen. Wir hatten ein gutes Versteck gefunden. Ich konnte Auskunft über die Lage der Zimmer geben und schlich mich anschließend sachte an das Haus heran, so wie Holmes es verlangt hatte, und ich kam zu einer Stelle, wo ich ungehindert in das gardinenlose Fenster hineinsehen konnte. In dem Zimmer befanden sich nur Sir Henry und Stapleton. Sie saßen an dem runden Tisch einander so gegenüber, daß ich ihre Gesichter von der Seite sehen konnte. Beide rauchten. Vor ihnen auf dem Tisch standen Kaffeetassen und Weingläse. Stapleton sprach lebhaft, aber der Baronett sah bleich und zerstreut aus. Vielleicht lag der Gedanke an den ihm bevorstehenden Gang über das einsame, übel berufene Moor ihm schwer auf der Seele. Über dem großen krimpender Sumpf lagerte ein dichter weißer Nebel. Er wälzte sich langsam auf uns zu und stand jetzt in einiger Entfernung wie eine niedrige, scharf abgeschnittene Wand vor uns. Holmes beobachtete unverwandt diese Nebelfläche und ich hörte ihn unwillig brummen, als sie allmählich sich immer näher an uns heranschob. Die Nebelstreifen wälzten sich um die Ecke des Hauses herum und vereinigten sich allmählich zu einer dichten, glatt abgeschnittenen Wolke, über welche das obere Stockwerk und das Dach des Hauses wie ein Gespensterschiff auf seltsame Meere schwammen. Holmes schlug aufgeregt mit der Faust auf den Felsen, hinter welchen wir uns versteckt hatten, und stampfte vor Ungeduld mit dem Fuß. Wir gingen vor der Nebelbank allmählich zurückweichend weiter aufs Moor hinaus, bis wir etwa tausend Schritte vom Hause entfernt waren, und immer noch kroch die weiße Masse mit der mondbeglänzten Oberfläche näher an uns heran, unerbittlich immer näher. Uns an die Felsblöcke anschmiegend beobachteten wir mit gespanntester Erwartung die schimmernde Nebelbank, die vor uns lag. Und jetzt trat, wie wenn er einen Vorhang zerteilte, aus dem weißen Nebel heraus der Mann, auf den wir warteten. Er blickte sich überrascht um, als er plötzlich die klare, sternenbeglänzte Nachtlandschaft vor sich sah. Dann eilte er schnellen Schrittes auf an unserem Versteck vorbei und den Hügel hinauf, der sich sanft ansteigend hinter uns erstreckte. Während er vorwärts eilte, sah er beständig bald über die eine, bald über die andere Schulter nach hinten. Augenscheinlich war ihm unbehaglich zumute. Mitten in der heranschleichenden Nebelmasse hörten wir ein scharfes, schnelles Getrappel. Die Wolke lag fünfzig Schritte vor uns und wir starrten alle drei auf die weiße Fläche. Was für ein Gräuel würde aus ihr hervorbrechen. Ich lag an Homs Ellbogen und warf einen schnellen Blick auf sein Gesicht. Er war bleich, aber offenbar frohlockte er innerlich. Seine Augen funkelten hell im Mondenschein. Plötzlich aber stierte er entsetzt vorwärts und seine Lippen öffneten sich in maßlosem Erstaunen. Im selben Augenblick stieß Lestrade einen Schrei des Entsetzens aus und fiel mit dem Gesicht auf die Erde. Ich sprang auf, meine zitternde Hand umklammerte den Revolver, aber ich konnte nicht schießen. Mein Geist war gelähmt von dem Anblick des grausigen Geschöpfes, das aus dem Nebel hervorgesprungen kam. Es war ein Hund, ein riesiger kohlschwarzer Hund, aber ein Hund, wie keines Menschen Augen ihn jemals gesehen haben. Feuer sprühte aus dem offenen Rachen hervor, die Augen glühten, Lefzen und Wampe waren von hellem Glast umlot. Ein Wahnsinniger könnte in seinen Fieberträumen kein wilderes, grausigeres Ungeheuer sich vorstellen, wie ein Geschöpf der Hölle brach die schwarze Bestie aus dem weißen Dampf hervor. In langen Sätzen sprang der riesige schwarze Hund den schmalen Weg entlang, die Nase dicht über dem Erdboden haltend, folgte er den Fuß Spuren unseres Freundes. Wir waren durch diese Erscheinung wie gelähmt, und ehe wir unsere Besinnung wieder erlangt hatten, war die Bestie schon an unserem Versteck vorüber gesprungen. Dann feuerten Holmes und ich gleichzeitig, und ein schauerliches Geheul bewies uns, dass wenigstens einer von uns getroffen haben mußte. Doch ließ der Hund sich durch die Verwundung nicht aufhalten, sondern jagte mit unverminderter Schnelligkeit weiter. In ziemlich weiter Entfernung sahen wir Sir Henry auf dem Wege stehen. Er sah mit kreideweißem Antlitz, dessen Blässe durch den voll darauf fallenden Mondschein noch mehr hervorgehoben wurde, sich um. Die Hände hatte er voller Entsetzen empor geworfen, und hilflos starrte er auf das grausige Ungeheuer, das auf ihn losgesprungen kam. Vor uns hörten wir Schrei auf Schrei die gellenden Angstrufe des Baronetts und dazwischen das tiefe Gebell des Hundes. Ich sah, wie die Bestie auf ihr Opfer lossprang, Sir Henry zu Boden warf und ihm an die Kehle fuhr. Im nächsten Augenblick aber hatte Holmes fünf Kugeln seines Revolvers dem Tier in die Flanke gejagt. Mit einem letzten Todesgeheul und Die vier Beine fuhren noch ein paar Mal durch die Luft dann fiel er auf die Seite und lag regungslos da. Der Riesenhund war tot. Sir Henry lag bewusstlos auf der Stelle, wo er umgesunken war. Wir rissen ihm den Kragen auf und Holmes gab ein Stoßgebet der Dankbarkeit von sich, als wir sahen, dass keine Wunde vorhanden und dass unsere Hilfe noch zur rechten Zeit gekommen war. Das Tier, das da zu unseren Füßen hingestreckt lag, war schon durch seine Größe und Stärke eine fürchterliche Bestie, ein zottiges, dürres Geschöpf von der Größe einer kleinen Löwin. Noch jetzt, wo es tot war, schien von den gewaltigen Kinnladen ein bläuliches Feuer zu triefen, und die tiefliegenden, grausamen, kleinen Augen waren von Flammenringen umgeben, und als ich mit meinen Händen das furchtbare Maul auseinanderriß, da schimmerten auch meine Finger feurig in der Dunkelheit. Ein Phosphorpräparat und ein sehr geschickt hergerichtetes, sagte Holmes, der sich niedergebeugt hatte und den Kopf des toten Tieres beroch. Wir ließen den schwachen Sir Henry zurück und kehrten um nach Meripithaus. Nirgends war von dem Manne, dem wir verfolgten, auch nur das geringste Zeichen zu sehen. Im obersten Stock jedoch war die Tür zu einem der Zimmer verschlossen. Dort fanden wir die bewusstlose Frau Stapleton. Erleichtert über die Rettung Sir Henrys gab sie freiwillig den Fluchtort ihres Moor Moor lag. Und nun komme ich schnell zum Schluss dieser gewiß nicht alltäglichen Geschichte. Die Morgensonne des nächsten Tages hatte den dichten Nebel aufgesogen und Frau Stapleton führte uns nach der Stelle, wo der vom Naturforscher entdeckte schmale Fußweg durch den Sumpf begann. Nur ein einziges Mal bemerkten wir eine Spur, dass vor uns ein Mensch den gefährlichen Weg gegangen war. Auf einem Büschel Rietgras, der das Untersinken verhindert hatte, lag ein dunkler Gegenstand. Holmes sank bis an den Leib in den Morast, als er, um sich des Gegenstandes zu bemächtigen, abseits des Weges trat, und wären wir nicht da gewesen, so hätte sein Fuß niemals wieder festen Grund betreten. Er hielt einen alten schwarzen Schuh empor. Auf dem Innenleder desselben fanden wir den Stempe, Meyers, Toronto, Kanada. Es war der verlorene Schuh des Baronetts. Aber mehr sollten wir über Stapletons Schicksal überhaupt nicht erfahren. Wir waren nur auf Vermutungen angewiesen. Gewißheit erlangten wir nicht. Gewiß war nur, Stapleton war ein Baskerville. Nach seiner Rückkehr aus Südamerika hatte er sich offenbar nach den Verhältnissen seiner Familie erkundigt und natürlich bald herausgefunden, dass nur zwei Männer zwischen ihm und einer großen Erbschaft standen. Holmes sagte, es bleibt nur noch die Rolle näher zu bestimmen, die die Dame gespielt hat. Ohne Zweifel übte Stapleton eine ungeheure Macht über sie aus. Auf seinen Befehl willigte sie ein, für seine Schwester zu gelten. Nur als er sie zu unmittelbarer Mitwirkung an einem Mord heranziehen wollte, da fand er die Grenzen seiner Macht. Sie versuchte Sir Henry zu warnen, soweit es geschehen konnte, ohne ihren Gatten zu gefährden. Stapleton selbst scheint eifersüchtig gewesen zu sein, denn als er sah, wie der Baronett der Dame den Hof machte, da brach seine Leidenschaft wild hervor, obwohl Sir Henrys Liebe zu den Faktoren des Mordplanes gehörten. Indem er später das Verhältnis gut hieß, erlangte er die Gewißheit, daß Sir Henry häufig nach Meripid House zum Besuch kommen und daß er selbst dadurch früher oder später die Gelegenheit erhalten würde, auf die er es abgesehen hatte. Am Entscheidungstage jedoch erklärte seine Frau sich plötzlich gegen ihn. Sie sagte ihrem Manne das beabsichtigte Verbrechen gerade auf den Kopf zu und es folgte ein heftiger Auftritt, wobei Stapleton in seiner Wut ihr verriet, daß sie eine Nebenbuhlerin hatte. Augenblicklich schlug ihre treue Liebe in bitteren Hass um und er sah, daß sie ihn verraten würde. Ich warte ein, daß Stapleton keineswegs damit rechnen konnte, daß der junge kräftige Sir Henry aus reiner Angst vor war. Auch darauf wußte Holmes eine Antwort. Nein, das nicht. Aber die Bestie war blutgierig und halb verhungert und der Anblick des wilden Tieres mit dem feurigen Schlund mußte jedenfalls dazu beitragen, die Widerstandskraft zu lähmen. Allerdings die Frage, wie Stapleton seine Erbschaft hätte antreten wollen, konnte auch mein guter Freund Holmes nicht erklären. Er mutmaßte Nach dem, was wir von ihm gesehen haben, können wir wohl annehmen, daß er schon einen Ausweg aus der Schwierigkeit gefunden haben würde. Denn, mein lieber Watson, ich sagte es schon in London und wiederhole es hier, niemals haben wir einen gefährlicheren Verbrecher zu verfolgen gehabt, als den Mann, der jetzt hier unter der trügerischen grünen Deckel des Sumpfes liegt. Und das wäre wohl alles, was über den Fall zu sagen ist. Vorleser mit die literarischen Gruselklassiker 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 Gruselklassiker